Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe unseres Podcasts, dem Firefly-Cast. Und wir, das sind der Bastian Schlingel-Wölfle, hallo. Schönen guten Tag. Und der Alexander, Hoaxmaster-Waschkau, hallo. Moin. Und wen wir da gerade gehört haben, das ist der Schöpfer, das Master meinte dem Firefly-Cast, der Arne Kodnager-Rudert, muss ich ja sagen. Oh ja, vielen Dank. Wo wir uns hier alle schon mit unseren Quatschnamen anreden. Das ist doch kein Quatschname. Das ist mein Künstlername. Wir reden über Firefly heute mal wieder. Ja, genau. Und zwar über die zwölfte Folge, wollte ich gerade sagen. Und wenn ihr uns noch nicht kanntet und ihr jetzt gedacht habt, wie passend, dass eine Einladung gemacht wurde, dann hört jetzt auf der Stelle auf und fangt mit der ersten Episode an, weil sonst stimmt ja alles gar nicht. Genau. Jetzt kommt das Raum-Zeit-Kontinuum durcheinander. Genau so ist es. Es wird wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft irgendwelche Freaks geben, die mit der letzten Folge des Firefly-Casts anfangen und die ganze Serie von hinten nach vorne hören. Ja, so viel Spoilern, das geht doch nicht. Das ist verwirrend. Ja. Ich wage jetzt überhaupt, dass niemand die Serie nicht gesehen hat. Also ist ja auch egal. Ich treffe ständig wieder auf Leute, die Firefly nicht gesehen haben, muss ich sagen. Ich habe jetzt so eine Suche laufen. Deutsche Firefly-Erwähnung bei Twitter. Dann trollst du die immer, ne? Ich habe das gesehen. Ja, ja, da gibt es so fünf bis zehn pro alle zwei Tage oder so und dann schreibe ich denen immer irgendwas. Also was der Arne damit sagen möchte, erwähnt bloß nicht das Wort Firefly, weil dann kriegt ihr von ihm auf Twitter also eine Nachricht und dann lässt er euch nicht mehr in Ruhe. Richtig, dann quatsche ich euch zu, dass ihr die Serie gucken müsst und wenn ihr aber eigentlich über Glow-Würmchen geredet habt, dann habt ihr jetzt leider eine schlechte Zeit. Schade auch. So, wir reden aber jetzt hier über diese Folge. Die Folge heißt The Message. Weiß einer von euch, wie sie auf Deutsch heißt aus dem Kopf? Die Botschaft tatsächlich. Das ist ja mal vielsagend. Und unerwartet. Ja. Ich hätte jetzt irgendwie der Tote im Sarg erwartet. Quatsch. Der Lebende im Sarg. Ja, oder so. Oder Scheintod. Oder irgendeinen völligen Unsinn. Die heißt tatsächlich Die Botschaft. Die Botschaft ist es tatsächlich so. Das ist ja skandalös. Ich habe hier eine Kurzbeschreibung. Zoe und Malcolm bekommen die Leiche eines alten Militärkameraden in einer Kiste zugeschickt. Allerdings interessiert sich ein skrupelloser Gesetzeshüter für die Leiche und verfolgt das Schiff. Später stellt sich heraus, dass der junge Mann doch noch nicht tot war, sondern nur versuchte, seinen Verfolgern zu entkommen. Und jetzt kommt's. Am Ende wird er erschossen. Hast du das gelesen? Irgendwie in der TV-Spielfilm? Ich glaube, das ist von dem Firefly-Wiki. Das ist sehr schön. Das ist sehr gut, ne? Das ist sehr treffend. Das ist sehr schön. Also da gefällt mir die Kurzbeschreibung von Netflix viel besser. Aber das ist sehr absurd. Was steht denn bei Netflix? Da steht, Mel und Zoe receive a crate containing the body of an old wartime friend. Du musst das jetzt schon simultan. Zoe und Mel erhalten die, äh, was? Receive a crate containing the body of an old wartime friend. Eine, eine, eine Kiste mit dem Körper eines alten Kriegsfreundes. Aber der Mann, also dann müsste man vielleicht mit Sarg übersetzen, aber der Mann scheint sehr lebendig zu sein. Und schmuggelt eine geheime Fracht. Sehr gut, habt ihr das gemacht? Wie, das war's schon? Das war's schon. Okay, ja, dann können wir ja, können wir ja zur Episode tatsächlich kommen. Oder wollt ihr noch was vorher weg? Nein, nö, 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 das ist alles gut. Okay. Raumstation. Ja. Ja. So ein bisschen, ja, erinnert mich das an Blade Runner, ne? Mich auch, ja. Ja, ganz genau. Und ich muss auch sagen, mich erinnert es so ein bisschen an, äh, habt ihr vielleicht nicht gesehen, äh, an Heavy Metal. Den, den, die, die Comicverfilmung? Ja, genau, die von 1943 oder wann die ist. Schon uralt. Ne, 82, glaube ich, ist die. Die hab ich gesehen, 1984, deswegen kann ich mich da nicht mehr so gut dran erinnern, aber, äh. Ähm, da gab's so eine Raumstation, waren die dann nicht mehr, mehr auf so einer Wüste unterwegs und die Frauen waren alle nackt und ritten durch die Gegend? Ähm, nee, dann meine ich den zweiten Teil. Genau daran erinnere ich mich an so ein bisschen. Dann meine ich den zweiten Teil, äh, Heavy Metal Fuck 2. Da gab's nämlich diese, so eine Raumstation, die sah so ein bisschen ähnlich aus. Und, äh, da gab's auch die Fellatioforelle. Da gab's so einen furchtbar schlechten B-Film, da gab's dann auch einen Shooter zu und die Hauptdarstellerin dieses Films war, glaube ich, früher eine Pornodarstellerin. Kann das sein? Das kann alles sein. Ich kenn mich da nicht mehr, ich kenn mich da überhaupt nicht mit aus. Ich kenn das gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie diese, wie diese, diese DVD bei mir in meinen Player geraten ist, oder was? Ähm, nee, nee, also die, die, äh, Heavy Metal Filme, die hab ich tatsächlich früher mal gesehen, aber, äh. Du weißt nicht, wo und wie. Und du konntest auch gar nichts dafür. Nee, genau. Richtig. Also diese Raumstation sieht halt von außen sehr bunt aus. Ich finde, das allein ist ja schon mal wieder totaler Quatsch, weil da guckt ja niemand von außen drauf in dem Moment. Also da kommen natürlich Raumschiffe an, aber, äh, wolltest du mir widersprechen? Nee, nee, ich wollte, ich wollte einfach nur noch gerade mal hier bei IMDB nachschlagen, bei Heavy Metal Fact 2, weil das ist immer gut beim Podcasten, äh, nebenbei im Internet zu lesen. Heavy Metal Fact 2 war doch ein Computerspiel. Nee, das hieß... War's auf jeden Fall schon. Ja, es gab auch ein Computerspiel, aber es gab dazu auf jeden Fall auch, äh, äh, einen Film. Mit, mit Julie Strain. Und Julie Strain war auch bekannt für Filme wie Sex Court oder Battle Queen 2020. Willkommen, willkommen in, äh, bei, beim, äh, Heavy Metal Cast. Heavy Metal 2000 hieß der Film. Ist von 2000. Ah, ja. Das war mit, mit Julie Strain. Ja. Tatsächlich. So, und so schöne Sachen wie Penthouse Fast Car, Fast Cars Fantasy Woman hat sie auch gemacht. Ähm, der erste ist von 81 übrigens, da hab ich mich tatsächlich um ein Jahr verschätzt. Gar nicht mal schlecht. Oh, der zweite hat eine Wertung von 5,4, wie geil ist das denn? Ah, ich glaub, es war, ich, 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 nicht Porno, sondern Penthouse, ich muss mich da mal korrigieren an der Stelle. Ja, okay. Ja, aber. Entschuldigung, bei Heavy Metal hat Ernsthaft John Candy mitgespielt? Naja, das ist ein Zeichentrickfilm, was erwartest du? Das ist ja, ich wünsche. Ja, wobei ja Heavy Metal selber, äh. Da hat auch Eugene Levy mitgespielt. Heavy Metal 2000 meinst du wahrscheinlich. Nee, nee, Heavy Metal. Ja, du meinst aber wahrscheinlich den Film, den du, den du zufällig gesehen hast, das ist Heavy Metal 2000. Weil Heavy Metal Fuck 2 war definitiv ein Spiel. Ah, nein, der Film Heavy Metal Fuck 2 ist aus dem Jahr 2000. Jetzt komm ich der Sache näher. Verstehe. Genau, und da ist der Original Heavy Metal Film. Nee, der heißt aber, also der hat verschiedene Titel. Der heißt in den USA Heavy Metal 2000 und in Deutschland heißt er Heavy Metal Fuck 2. Das könnt ihr alles in unserem Heavy Metal Podcast demnächst nachlesen. Wenn sie möchten. Nachlesen. Nachlesen. Genau. Liebe Zuschauer, das könnt ihr. In unserem textbasierten Heavy Metal Podcast. Könnt ihr das nachlesen, liebe Zuschauer. Schau. Ich gehe jetzt einfach. Ich weiß auch nicht, wie das hier zustande kommt. Wollen wir mal über die Folge reden oder was? Also für all diejenigen, die noch dran sind, wir machen jetzt mit der Folge weiter. Das mag gut sein, dass diese Raumstation aussieht wie in dem Film Heavy Metal Fuck 2. Das kann ich nicht einordnen. Ähm, aber, äh, was ich lustig finde, ist, dass die Folge ja damit beginnt, dass ein Typ davon spricht, dass er den Beweis für außerirdisches Leben hat. Was ja für die Welt von Firefly gar nicht so irrelevant ist, weil wir ja schon mal an verschiedenen Stellen erwähnt haben, dass in der Welt von Firefly eben keine Aliens vorkommen, sondern alles nur Menschen, ähm, unterwegs sind. Und man könnte jetzt fast vermuten, also so ging es mir beim ersten Mal gucken, äh, gibt's jetzt tatsächlich doch Aliens in diesem Universum. Wobei das Ganze ja eher so die Anmutung eines Jahrmarktes hat, ne, was da so stattfindet auf dieser Raumstation. Genau, und zwar so aus dem wilden Westen. Also, ist ja, ich meine, das passt ja auch sehr gut in das, in das ganze, ja, Serienbild rein, so wilder Westen, aber es ist halt wirklich so, wie, wie man das aus, aus so Wildwestfilmen kennt. Da ist halt dann irgendwie diese, dieser, dieser Circuses in Town, ähm, was ja, Circus ist ja nur bei uns, so der Zirkus, ähm, ist, wo dann Leute auf irgendwie einem Ding rumreiten, sondern da ist halt dann, also das, das Kuriosen-Kabinett, Kuriositäten-Kabinett heißt es ja auch, wo dann irgendwie die, die Frau mit dem Bart und der zweiköpfige Mann und was weiß ich irgendwas vorgestellt wird. Und, ähm, genau so ist es da halt auch. Und, ähm, was ja lustig ist mir ist in dem Moment, ich habe, ich habe, ich weiß nicht, ob ich vorher drüber nachgedacht habe, aber dann so, als, als dieser Anfang war, ist mir das erste Mal so aufgefallen, so, so bewusst aufgefallen, ja, natürlich, es gibt keine anderen Spezies dort. Ja, richtig. Da habe ich vorher einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war für mich so, ja, wir sind im Weltraum unterwegs, ähm, ich habe Star Trek gesehen, klar, da gibt es dann halt irgendwie die, die anderen Außerirdischen, die, äh, die halt irgendwie größere Nasen haben, aber nee, das gibt es ja einfach nicht. Aber das wissen wir doch schon, also, mir ist das aufgefallen in der Szene, in, ähm, in Serenity, dem, dem Pilot, dem Pilotfolge, wo sie eben auf diesem Raum-Doc sind und da einfach nur Menschen rumlaufen. Ja, da habe ich nicht, also das, ja, das mag, jetzt im Nachhinein gebe ich dir völlig recht, aber da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Falls Sie das interessiert, liebe Zuhörer, also mir ist es aufgefallen, als die Reaper das erste Mal aufgetaucht sind, weil da habe ich mich nämlich gefragt, sind diese Reaper-Aliens, die ganz bösartig sind? Reaver? Reaver, Reaver heißen sie, genau, Entschuldigung, ähm, sind das Aliens, die bösartig sind, ne? Und dann stellt sich im Laufe der Serie raus, dass es, wie auch immer, geartete, durchgeknallte Menschen dann aber auch sind. Und da ist es mir das erst mal aufgefallen, weil in jeder anderen Serie hätte man daraus ja Aliens machen können. Und so halten wir fest, ich bin einfach ein bisschen, äh, minder bemitglied. Du wirst ein Honk. Ja, das kann man, denke ich, so unterschreiben. Mich erinnert übrigens diese Szene auf diesem, auf diesem Jahrmarktsdeck, äh, dieser Raumstation so ein bisschen auch an dieses, ähm, Promenadendeck bei Babylon 5. Ja, ja. Ähm, zwar nicht mit der Westernanmutung, aber so was dieses Treiben angeht. Ja, genau. Und die hatten bei Babylon 5 doch auch relativ viel asiatisches, äh, Volk, oder? Auch. Ich glaube, das kam so ein bisschen drauf an, wo du warst. Ja. Weil Babylon 5 war ja groß. Ja, ja, also nicht zwingend, aber sie haben sich da, glaube ich, bei Babylon 5 mehr bemüht, alle Ethnizitäten, wenn ich das richtig ausdrücke, unterzubringen. Also da gab es nicht nur den, äh, Quoten, Dunkelhäutigen, der rumlieb, sondern, äh, die haben das schon sehr durchmischt, äh, in verschiedenen Stellen. Mehr darüber können sie übrigens nach, äh, demnächst hören in unserem Babylon 5 Podcast. Genau, 800 Episoden haben wir schon aufgenommen, die nächsten 400, die folgen noch. Genau. Also da ist dieser Typ, der eben diese Aliens anpreist, dieser Typ hat übrigens, ich finde das total eigenartig, der hat so einen Zylinder auf, wo hinten ein Totenkopf dran gebastelt ist. Ja, und da musste ich dann sofort an Slash denken. Ich musste sofort an Baron Samdi aus, äh, aus Leben und Sterben lassen denken. Ah, ja, stimmt, Bond. Mehr darüber können sie uns in unserem Bond-Podcast nachlesen. Nachlesen, nachhören. Ja. Ähm, ja, stimmt, aber so einen kleinen Totenkopf auch, ne, also der, der muss ja auch Zirrde sein, wahrscheinlich. Ja, richtig, also vielleicht, ich hoffe mal, dass er unecht ist. Ja. Und dann sind wir tatsächlich in dem, äh, im Englischen sagen sie Booth, äh, in der, in der Kabine, wo dieses Alien sein soll. Und wenn ich sage die oder sie, dann, äh, sind das, ähm, Kaylee und unser Doktor Sean Mayer. Ja, und tatsächlich sind sie, in der ersten Sequenz sieht man Sean Mayer mit einem offenem Mund. Kaylee guckt und da ist so eine weiße, beleuchtete Glasröhre. Und das wird dann gebrochen dadurch, dass der Doktor sagt, ja, ist ein Kuhfötus. Also mich wundern ja zwei Dinge hier dran. Zum einen, ich habe den Audiokommentar gehört. In dem Audiokommentar sprechen, ähm, Jewel State und, äh, Alan Tudyk. Mhm. Und die erzählen, dass dieser Kuhfötus hier in diesem Glastubus verkehrt rum eingebastelt wurde, dass das total aufwendig war und dass sie das deswegen so kurz zeigen mussten, äh, konnten nur. Ähm, und mich irritiert ja, dass sie in dieser Welt nicht fähig sind, offensichtlich Dinge herzustellen, die so aussehen. Hm. Wie? Wie was? Also ich meine, das ist ja, selbst in unserer Welt kann man ja Dinge aussehen lassen, als wären sie sonst was. Und irgendwas in einem, also irgendwas in einem mit Flüssigkeit gefüllten Tubus als irgendwas anderes darzustellen, ist für uns überhaupt kein Problem technisch. Aber in dieser Welt scheint es irgendwie spektakulär zu sein. Weißt du, was ich meine? Nee. Äh, ich weiß, was du meinst. Also wenn sie denn, äh, Advanced Technology haben und Raumschiffe bauen können, warum kann der Typ mit dem Zylinder sich nicht mal kurz aus Plastik ein Alien gießen lassen, was wirklich geil aussieht? Richtig, genau das meine ich. Warum sollte er denn? Naja, weil er es offenbar verkauft. Ja, ja, aber der offensichtlich, der Einzige, der es erkennt, ist der Doktor. Ich meine, wir erfahren kurze Zeit später, wie Wash reinkommt und versucht mit diesem Tier zu kommunizieren. Ja, wobei. Was die beste, die beste Szene in dieser ganzen Episode ist. Die zweitbeste. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass Wash auch ein Honk ist. Ja, natürlich. Aber so wird's, ich meine jetzt, der Durchschnittsbesucher dieser Weltraumstation, der hat vermutlich noch nie eine Kuh, geschweige denn, einen Kuhfötus aus der Nähe gesehen. Das Ding ist ja auch noch mutiert. Und jetzt überlege ich mal, wie einfach das ist, an einen mutierten Kuhfötus dran zu kommen, im Vergleich zu sich so ein Ding gießen zu lassen. Ja, der hatte ihn halt vielleicht. Mensch, das ist lustig. Wenn ich das in, wie diese Brühe auch immer heißt, wenn man sowas Zeug reinsteckt. Formal der Hüt. Danke, dann reinstecke, dann kann ich das den Leuten als Alien verkaufen. Ja, okay. Der, ja, der lag halt rum. Der musste weg. Also das, das hat mich jetzt nicht gestört, aber ich kann, ich kann ein Stück weit nachvollziehen, warum es dich gestört haben könnte, Arne. Okay. Also über die Szene bin ich, bin ich drüber weggegangen, weil ich natürlich, weil mir das Herzchen aufgegangen ist in dieser Sequenz, weil ich, weil das ja so ein Beginn einer romantischen Szene zwischen dem Doktor und Kaylee ist. Ja, und er stellt sich einfach mal vollkommen bläde an. So wie er das halt gerne macht. Also ich kann mich an Zeiten in meinem Leben erinnern, wo auch ich Zaunfähle, die mir in die Fresse geballert wurden, ähnlich ignoriert habe wie der Doktor in dieser Sequenz. Ja, ich auch, so von einer Woche ungefähr. Ich dachte, du bist verheiratet. Ja, ja. Ah, das ist gut. Meine Frau? Also du warst verheiratet, du bist noch verheiratet? Nein, nein. Ja, ich weiß, was du meinst. Also das, aber ich meine, er ist ja jetzt ein gestandener Mo, wie wir da unten in Bayern sagen würden. Und das macht mir Angst, wenn du so redest, tatsächlich. Ich kann das ruhig die ganze Folge weitermachen, wenn sie das mögt. Das Space British, das kenne mir hier super. Oh Gott. Wir haben ja schon des Öfteren festgestellt, dass er der Romantik-Honk ist in dieser Situation. Und das funktioniert ja alles so super am Anfang. Also sie reden so miteinander und dann so, oh, ich finde dich toll und du hast tolle Augen. Und du bist voll klug und du kommst gut mit Maschinenzeug und sie, oh, ja, erzähl weiter und ich finde das gut. Und ich meine, er müsste sie jetzt nur noch packen und küssen. Und bam. Und dann sie sagt sogar noch, hey, und wir haben ja diesen Boost noch die nächsten fünf Minuten für uns alleine. Er könnte sich deutlich mehr als küssen vermutlich in den nächsten fünf Minuten. Und dann sagt er, ach ja, und du bist ja übrigens das eins, jedes andere Mädchen, das ich kenne, ist entweder verheiratet oder eine Prostituierte oder irgendwie mit mir verwandt. So bist du ja mehr oder weniger die einzige in der ganzen Welt, das einzige Mädchen in der ganzen Welt. Ja. Du kannst natürlich, egal was du vorher gesagt hast, hast du damit so, ja, du bist halt die Notlösung. Ja. Alles kaputt machen und ich muss ja gestehen, ich habe, ich habe, ich in meinem jugendlich-romantischen Leichtsinn, habe das ja nicht erwartet. Ich habe ja gedacht, okay, hey, ich dachte mir, naja, es gibt ja eigentlich keine widerwärtigere Situation als so ein bisschen Romantik vor einem Kuhfötus. Das wird also diesmal was werden, weil, warum fängst du das damit, nein, er, bam, noch eins drauf und gut. Ja, und das nimmst du ihm halt auch völlig übel, also das ist, es ist natürlich zu Recht auch eine blöde Aussage gewesen, auch wenn er sie in dem Moment irgendwie pfiffig fand, es ist einfach, er hat es nicht drauf, mit Frauen zu reden, gerade in diesem Moment merkt man es halt. Ja. Also, weil sie sind ja, sie sind sich ja schon eigentlich immer so sehr, sehr nah und man würde dann, um jetzt schon mal so ein bisschen zu spoilern, ihr habt das ja eh alle gesehen, ganz am Schluss nimmt sie ja, nimmt sie ja wieder seine Hand in einer, in einer Schlüssel, in einer der letzten Schlüssel-Szenen bei dem Ganzen. Ähm, von daher ist es hier schon sehr, sehr notwendig, dass sich eine Distanz zwischen zwei Charakteren aufbaut, dass, dass dieses, dass dieses, sie greift am Schluss nach seiner Hand, dieses, diese ganze Erfahrung hat uns wieder zusammengeschweißt. Ja. Ähm, dass das wieder funktioniert, also von daher ging das nicht anders. Ja. Weil sonst wird das, ja, hätte er es jetzt hier als seine Hand genommen, ja, gut, kann man machen, ist okay. Hätten wir erwartet, aber so am Schluss erwartest du es deswegen halt nicht. Mhm. Ja, und dann kommen halt unsere anderen Helden, nämlich, ähm, Zoe und Wash rein und, äh, machen auch so typische Witze, der, der Doktor, äh, Katie ist dann abgehauen, der Doktor, der, der Doktor sagt zu Zoe, wie, ich kann einfach nicht gut mit Frauen reden und Zoe ist einfach so, mit wem kannst du denn gut reden? Also, was ich, was ich, äh, ein typischer Joss Whedon-Witz. Ja, aber was ich bei, bei, bei Wash, dieser Auftritt von Wash, den finde ich ja schon so geil, weil er sagt, oh mein Gott, das ist ja so grotesk. Und dann denkt, er meint diesen Kuhfilter und dann sagt er, oh, das hier in dem Glas ist auch echt eklig. Ja. Und das ist so. Und das, das Schöne ist, dass Alan Tudyk das ja wieder, also das ist, das bringt er wieder so gut rüber und ich, ich, ich nehme ihn, ich nehme ihm halt diese Wash-Figur in diesem, Moment wieder so unfassbar gut ab. Das ist eigentlich so ein Ultra, äh, Billow-Witz natürlich, der, der eigentlich nicht funktioniert. Eigentlich findest du solche Sequenzen einfach nicht lustig, weil sie schon tausendmal da waren, aber in dem Moment, wo er das als Wash mit seinem Hawaii-Hemd macht, findest du es einfach geil wieder irgendwie. Ja, richtig. Was vielleicht aber auch funktioniert, weil, äh, Zoe das ja dann wieder auch völlig konterkariert, weil sie ist ja dann wieder die Ernste, äh, die dann sozusagen dem, dem Doktor auch nochmal sagt, ja, hast du wieder verkackt, ne? So, also sie ist dann ernst. Das ist ja trotzdem gemein. Ja, ne, und das ist, das stärkt es aber dann nochmal, dass sie das Ehepaar ist, also Wash wieder so, der absolute Vollhonk ist und Zoe so, pfff, sehr gesetzt, gute Sequenz. Ja. Äh, dann haben wir einen Schnitt und sehen auch auf der Raumstation, ähm, Mel mit Inara und was da auch wieder interessant ist, ist, dass die beiden im, im Wesentlichen ja darüber reden, wie sie diese Waffe, also den MacGuffin aus der letzten Episode, übrigens war das Alexa sehr spannend, dass MacGuffin ein Terminus Technicus ist übrigens bei der Gelegenheit, also meine, meine Frau, Ehefrau, ähm, also der MacGuffin, der letzte, Schönen Gruß. Ja, mach ich nachher. Äh, äh, der, der MacGuffin, der letzten Episode wird hier nochmal aufgegriffen. Also das Problem ist, diese antike erste Energiepistole, die sie geklaut haben, die nicht mehr funktioniert, die nicht mehr funktioniert, kriegen sie nicht verkauft. Und darüber reden sie jetzt im Prinzip und Inara bietet ja eigentlich an, äh, dass sie sich darum kümmert und Mel will das aber nicht. Also das ist ganz lustig, weil er sagt, das ist hier halt unehrliche Arbeit, das sollst du nicht machen. Wobei er, äh, über die, ähm, elf Episoden vorher ja nie in Zweifel daran gelassen hat, dass er die, ihre Arbeit als Prostituierte ja auch scheiße findet. Und das eigentlich für richtig scheiß Arbeit hält, aber halt so eine Waffe zu verkaufen, also Heelerware zu vertreiben, das soll sie halt auch nicht machen, weil das, das... Ja, da ist, da ist aber auch seine Motivation eben eine andere, das scheiße zu finden. Ja, also er hat ja nichts gegen unehrliche Arbeit, das sieht man ja an jeder Ecke. Ähm, sondern er hat eben was dafür dagegen, dass, dass die mit anderen Männern was anfängt. Ja, ja, Eifersucht, ne? Ja, ja, genau. Während sie da so durch diesen, durch dieses, äh, durch diese Halle schlendern, wird, äh, Mel beklaut und der ist ja offensichtlich so, ähm, so vertraut mit den, äh, mit dem, wie sich so ein Dieb verhält, dass er diesen Jungen, der ihn beklaut, direkt in, in seiner Bewegung aufhält, sich das, das geklaute Geld von ihm zurückgeben lässt und ihn wieder loslässt, ähm, fand ich ein bisschen witzig, ja, weil das, ich meine, das erkennt natürlich eigentlich nur jemand, der sowas, der weiß, wie sowas gemacht wird. Richtig. In so einer sehr flüssigen Bewegung halt, ne? Also der, der wird ihn beklauen und dann packt er ihn, dreht ihn und zack. Genau, und lässt ihn aber auch sofort wieder los. Also es ist wirklich ein, ein, ein Fluss, so ein bisschen, so ein, so ein kurzes, äh, Dieb, Dieb, Dieb mit Diebtänzchen und der Junge zieht auch wieder ab. Also es gibt, das wird auch nicht mal thematisiert, diese, diese Aktion. Genau, die fließt so nebenbei einmal durch, ne? Genau. Inara und, und Mel reden an der, in dem Moment auch weiter, als, als, ja, wäre eigentlich nichts, wäre nichts ernsthaftes passiert. Gute Sequenz. Ja, und dann kommen wir zum McGuffin eigentlich der, der aktuellen Episode, ne? So kann man das, glaube ich, sagen, ne? Würde ich nicht, weil der hat ja schon einen eigenen Sinn eigentlich. Ich meine, ohne den würde es die ganze Folge nicht geben. Ja, ne, weiß ich nicht. Es ist schwierig bei Leuten von McGuffin zu reden. Na, erstmal ist es ja ein Gegenstand. Ja, erstmal, also erstmal ist es eine Post. So, sie kommen also zu der Post dieser Raumstation und da ist ein sehr freundlicher Postbeamter, wie es sie auf der Welt nicht gibt. Und, ähm, der gibt denen eine riesengroße Kiste. Da kriegt Jane übrigens auch ein Päckchen. Da kommen wir später noch drauf. Und man sieht zwischendurch noch so eine, so eine sehr lustige Sequenz. Also, sie unterschreiben und was und man sieht dann, äh, wie River versucht, ein, an einem Band, an einem Stock baumelndes, äh, sieht aus wie ein, ein Riesen-Cake-Pop, äh, zu essen. Und sie sagt, my food is problematic. Und Jane macht sich direkt lustig, so, hey, du, du bist irgendwie hier der, der Brain-Genius, ist, aber kriegst es nicht mal fertig irgendwie einen Ice-Planet, heißt es den, glaube ich, ähm, zu essen. Ja, ist sehr, sehr lustig. Ja, weil er ist da natürlich Experte. Ja, und dann sehen wir, wie eben dieser große Crate, diese große Kiste reingefahren wird, ähm, für Mel und Zoe und ein kleines Päckchen für unseren Freund Jane. Und der freut sich da sehr drüber. Und es ist von seiner Mutter? Und es ist von seiner Mutter. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass er diesen Brief laut vorliest. Und da merkt man, dass er auch ein bisschen Probleme hat, Sachen zu lesen, oder? Ja, okay. Ja, in der Tat. Man könnte jetzt das wohlmeinend sagen, dass es daran ist, dass seine Mutter undeutlich schreibt, aber er spielt das eher so, als ob er nicht so gut lesen könnte, ne? Genau. Die haben übrigens eine kurze Sequenz übersprungen, nämlich Jane hatte die Aufgabe, Munition zu kaufen und hat dafür offensichtlich Geld gekriegt von Mel und gibt ihm jetzt die Munition wieder und das Restgeld. Und in so einem ganz kurzen Moment will er den letzten Teil des Restgeldes selber behalten, weil er im Grunde doch ein Dieb ist. Und dann guckt Mel ihn aber einfach weiter an und dann gibt er ihm das Geld doch. Also zum zweiten Mal innerhalb von einer Minute überlistet Mel einen Dieb. Ja, genau, genau. Noch ein, ein lustiges, bevor wir zu dem Brief und dem Paketinhalt kommen, ein, eine ganz lustige, ein Wortwechsel finde ich noch, als, als Kaylee ankommt, fragte so Inaba zu so nah, leben Aliens unter uns? Und dann sagt sie ja und einer von ihnen ist ein Doktor. Ja, und dann macht Jane ja sein Paket. Ja, genau. Und er liest nachher vor, beiliegend findest du. Und dann sagt er beiliegend und ist ganz nervös und wickelt dann. Und dann sehen wir, was passiert. Er zieht eine Mütze, eine wunderschöne Mütze raus. Also eine Wollmütze, eine selbstgestrickte Wollmütze, die an Groteskität nicht zu überbieten ist. Und die auch, die, die ihren eigenen Ruhm inzwischen in Fankreisen erreicht hat. Ja. Also eine orange-gelbe Mütze mit so Ohrenschützern dran, selber gestrickt. Was, was die, die setzt er sich dann auch direkt auf. Was die Szene noch viel lustiger macht, dass die, dass die, die fragile, das fragile Stück der Mütze jetzt in Polsterung ja auch noch in, in Stroh eingewickelt ist. Oder irgendein solchen Fasern. Und die dann an dieser ganzen Mütze dranhängen. Und es sieht so unfassbar bescheuert aus, wie er diese Mütze aufhat. Aber er trägt dieses, dieses gruselige Stück Stoff mit einer Überzeugung. Ja. Ja. Also ich finde, das sagt, das sagt Wash ganz gut. Ja. Der sagt nämlich, wenn jemand, wenn ein Mann mit dieser Mütze die Straße entlang geht, dann wissen die Leute genau, er hat keine Angst vor irgendwas. Zurecht, weil du hast auf jeden Fall keine Angst auszusehen wie ein Idiot. Was ja lustig ist, weil diese Mütze, ich meine, das ist, das, die haben sie sich wahrscheinlich von irgendwem stricken lassen. Und du kannst inzwischen diese Mütze bei ThinkGeek beispielsweise kaufen. Ja. Die genauso aussieht. Es gab mit dieser Mütze auch super viel Ärger, weil die haben halt dann irgendwann so bei Etsy und Co. Leute angefangen, naja, weil die ist nicht schwer herzustellen, wenn du stricken kannst. Haben die Leute halt angefangen, naja, Jane's Head kann ich einfach stricken und verkauft es dann bei Etsy. Und da gab es dann eine riesen, eine riesen, ähm, Ding, weil diese Verkäufer dann abgemahnt wurden, weil sie nicht die Rechte an dieser Mütze haben. Das ist ja Quatsch. Was total absurd ist. Aber, ähm, ja, also wenn man, wenn man danach sucht, Jane's Head, finde, kann man entweder bei Ding, bei, äh, ThinkGeek kaufen für ein paar Euronen. Oder man findet es immer noch bei, bei Etsy und der Wander, ähm, und auch in verschiedensten Abwandlungen. Es ist einfach schon eine lustige Mütze. Und ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, ob man sowas nicht dringend für den Winter bräuchte. Aber ich glaube, ich bin einfach kein Mann, dem, äh, dem man einfach nichts kann. Ja, und, äh, also an der, ich kann ja mal an der Stelle aus meiner persönlichen, äh, Welt berichten. Ich bin ja jemand, ich trage grundsätzlich keine Kopfbedeckung. Ja. Also nie. Das ist sehr schade. Da kannst du kein Polizist mehr werden. Da gibt es auch dieses schöne Gerücht, dass über den Kopf 40 bis 45 Prozent aller Wärme flöten geht. Habt ihr das gehört? Ja. Das ist ein Gerücht. Aha. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das stammt aus einem, ähm, militärischen, äh, weiß ich nicht, irgendein militärisches Buch aus den USA, äh, aus den 70ern, wo nämlich die Tests gemacht wurden mit Leuten in arktischer Kälte, in arktischer Kleidung mit und ohne Kopfbedeckung. Moment, Moment, Moment. Wir haben vergessen, vor der, vor der, davor die Story der Woche zu erzählen. Das versteht jetzt nicht jeder, hoffentlich. Ja, ich denke schon. Verstehen viele unserer Hörer. Naja, jedenfalls ist diese Behauptung einfach falsch. Und selbst wenn du nackt bist, gehen über deinen Kopf nur 10 Prozent aller Wärme maximal flöten. Ein größerer Punkt ist, äh, sind natürlich Hände und Füße. Gut, wenn du jetzt nackt bist, bei mir einfach wegen der Fläche noch andere Dinge, aber das ist eine ganz andere. Um zum, zum Ursprungspunkt zurückzukommen, also ich trage keine Kopfbedeckung. Ja. Ich serve keine Hose. Das weiß ich. Ich habe dich ja auch schon mehrfach sehen müssen, dann. Zurecht. Zurück zur Mütze. Ja, die haben wir jetzt, dann machen sie denen, äh, diese Kiste auf. Genau, sie machen die Kiste auf und, äh, in dieser Kiste ist ein unglaubliches Spannungselement, nämlich ein, äh, ein Toter. Ein Sarg erstmal. Wo sie schon sagen, verdammt, weil man nämlich, äh, ich glaube, das sagen sie da an der Stelle auch schon, weil das verboten ist, ne? Ja. Körper per Post zu verschicken, was ja auch ein Stück weit Sinn macht. Und dann machen sie auch noch diesen Sarg in der Kiste, also eine Holzkiste, für die Hörer, die das jetzt nicht sehen, eine Holzkiste, in der irgendwie so ein Metallsarg liegt, so ein Wannensarg. Und dann machen sie das auf und da liegt jemand drin. Und das ist dann der Moment, wo dann der Vorspann zunächst mal kommt. Genau, der schöne Vorspann. Eine Sache noch, noch kurz bevor der, bevor der, äh, da musste ich nämlich sehr, sehr lachen, kurz bevor der, der Vorspann anfängt, sehen, haben wir die Kameraperspektive aus dieser Kiste raus und alle schauen so drüber bis auf, bis auf, äh, Jane. Und im letzten Moment, bevor der Vorspann anfängt, schaut Jane so von der Seite mit seiner bekloppten Mütze, wo immer noch diese ganzen Fussel dranhängen, über die, über die, ähm... Über den Rand? Über den Rand rüber und meinst so, what did you order a dead guy for? Also, warum zum Teil mal habt ihr den Toten bestellt? Was halt einfach so völliger Unsinn ist. Aber ich musste so lachen, weil er halt auch wieder so bekloppt aussieht mit diesem, mit diesem bekloppten, ähm, in dieser bekloppten Kopfbedeckung. Ja, einfach, äh, ganz groß, ganz großes Kino. Ja. Und dann haben wir ein Flashback. Richtig. Dann kommt nämlich die Szene nach dem, ähm, Vorspann und, äh, das ist eine Kriegsszene. Ja. Und wir erkennen, wenn wir ihn eben genauer angeguckt haben, ähm, den, gleich, der in der Kiste da lag, äh, als frischen, jungen Soldaten wieder. Was mich an der Szene so ein bisschen irritiert hat, war, dass im ersten Moment, dass er wirkt wie eine Szene aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Was den, was den, was den Stahlhelm da irgendwie angeht, den er auf dem Kopf hat und, und auch so die, 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 die Kamera gibt so wenig von der Umgebung her, dass ich für einen Moment gedacht habe, hä? Also man weiß ja, äh, dass es den Bürgerkrieg gab, spätestens seit dem Pilotfilm weiß man das. Aber die, der Look und Feel vom Krieg aus dem Pilotfilm zu dieser Sequenz, zumindest am Anfang, ist ein komplett anderer. Und deswegen habe ich da an der Stelle eine kleine Sekunde gebraucht, um das einordnen zu können, äh, dass das jetzt eine Rückblende auf den Krieg ist, weil, also der Tote jetzt plötzlich lebendig ist, das heißt, es muss ja zeitlich davor liegen irgendwie. Ja. Aber, äh, ich konnte das erst schlecht einordnen, so, äh, was ich da gerade sehe. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir ging's... Mir ging's nicht so, weil ich nichts anderes, also wenn ich eine Kriegsszene sehe, bei Firefly, dann ist es auf jeden Fall nix, was gerade passiert. Hm. Sondern es gab halt diesen einen Krieg und es muss eben ein Vorspann sein. Zumal der Krieg ja mit seinen Laserfeuern am Anfang auch genauso aussieht. Und zumal in der zweiten Szene, also in der zweiten Shot dieses Krieges steht Battle of Dukang seven years earlier. Hm. Das könnte auch ein Hinweis darauf sein. Hm. Na gut. Dann bin ich der Honk an der Stelle. Wir sehen dann, dass dieser, äh, Leichnam, also der lebendige Leichnam eine, äh, seinen Helm absetzt, eine Dose rausnimmt, die ihm sein Taschenmesser aufmacht. Und dann gibt es einen Soldaten, der eine deutlich bessere Uniform trägt. Also mehr so in, 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 in Style. Also besser aufeinander abgestimmt. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Mhm. Und dass man sagen könnte, ah, guck mal hier, das ist so einer vom, jetzt hätte ich fast gesagt Imperium, aber sie wissen, was ich meine. Und der will quasi gerade anlegen und unseren Leichnam erschießen, äh, der seine Waffe so schnell nicht findet. Und dann taucht Zoe auf und schneidet dem Typen die Kehle durch. Der isst übrigens diese Bohnen sehr merkwürdig. Das sieht für mich nicht wirklich realistisch aus, wie der isst. Vielleicht hat er die Szene einfach zum zwölften Mal gedreht und ihm kommen die Bohnen zum Hals raus. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ne, kalte Bohnen aus der Dose ist doch super. Ja. Die isst man noch gerne. Ich schon. Ich auch. Na gut. Er kaut so, er kaut so doll. Wie groß sind diese Bohnen? Das macht mich echt nervös. Das sind das riesige Space-Bohnen. Das sind natürlich Weltraumbohnen, die, ich meine, die sind ja ein bisschen in der Zukunft hier. Ja, ja. Zoe erklärt ihm auf jeden Fall, dass es wichtig ist, im Krieg wenig Aufmerksamkeit zu erregen und eher so auf Stealth-Basis zu arbeiten. Und während sie ihm das erklärt, kommt laut schreiend Mel rein, der wie wüst um sich ballert und sagt, kommt doch, kommt doch, holt mich, holt mich. Und quasi ihre Aussage konterkariert. Ja. Richtig. Dann sagt sie aber auch sofort, ja, es gibt offensichtlich auch andere Ansichten. Genau. Weil sie natürlich auch nichts gegen Mel sagen kann, weil der ja ihr vorgesetzte ist. Genau, die kommentierende Offizier. Die drei scheinen sich also wirklich auch zu kennen. Und Mel informiert sie darüber, dass die Truppen, die feindlichen Truppen näher kommen. Und dann steht noch ein Typ aus ihrem Bataillon irgendwo in der Gegend rum und sagt immer, sein Arm sei ab, sein Arm sei ab. Aber der Arm ist gar nicht ab. Der scheint also gerade irgendwie massiv traumatisiert zu sein, die vierte Person, die da steht und ist halt nicht mehr ansprechbar. Ja, genau. Ne, das sind aber durchaus noch mehr. Also, das sind schon viele Leute in dieser Szene. Man erkennt die nur alle nicht, weil die alle nur von hinten gefilmt sind, weil das nämlich alles keine Statisten waren, weil die keine Statisten hatten beim Dreh, sondern es sind halt alles irgendwelche Produktionsgehilfen und so, die eigentlich nicht mitmachen wollten. Und man, an dieser Stelle ein lustiges Zusatz, eine lustige Zusatzinformation. In dem Moment, wo ein Statist eine Sprechrolle hat, bekommt er mehr Geld. Muss der mehr Geld bekommen, ob er das möchte oder nicht, weil das in der Filminustrie so üblich ist. Deswegen halten die bis auf den Armtypen wahrscheinlich auch alle ihre Klappe. Ja, die zeigen ja nicht mal ihr Gesicht. Du erkennst sie ja zwischen dem ganzen Gerümpel da hinten. Genau. Und dieser Armtyp, der sagt, glaube ich, auch nichts, oder? Ne, der guckt, glaube ich, nur in die Kamera und rollt mit den Augen. Ja, genau. Stimmt. Ein wahrer Billig. Und dann kommt aber nämlich ein Science-Fiction-Moment. Nämlich, also man sieht ja bislang überhaupt nicht, dass das irgendwie ein Science-Fiction-Krieg ist. Das könnte ja, wie gesagt, auch der Zweite Weltkrieg sein. Ähm, dann kommt aber irgendein, ein Fluggerät angeflogen. Und das können sie gerade eben noch dadurch abwehren, dass Mel irgendein anderes, ähm, äh, Ding in die Luft wirft. Und dann explodiert dieses Fluggerät, was angekommen ist, vor ihnen, ähm, also über ihnen statt bei ihnen. Das ist halt wie so eine, wie so eine Missile, die da angeflogen wurde. Er fliegt, er wirft halt so ein Flair hoch. Und diese Missile, diese, diese Weltraum-Missile verfolgt dann dieses Ding. Und es ist, also es war wohl arschknapp. Genau. Und die, also die ist halt schon sehr wendig. Ich glaube nicht, dass es, äh, dass es aktuelles Kriegsgerät gibt, was so funktioniert. Weil das halt auch irgendwie UFO-mäßig fliegt. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein... Genau, es ist, es, 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 es biegt auch nicht irgendwie in einem großen Radius oder so ab, sondern es kommt angeflogen und zieht sofort nach oben, ähm, ja, in dem Moment, wo, wo dieses, wo Mel dieses Flair hochwirft. Genau. Und dann kommt da quasi ein Panzer angefahren. Der Panzer sieht aus wie, wie eine Gerümpelsammlung aus Kisten. Ich verstehe auch nicht, was, also offensichtlich war das ein, ein spektakuläres Werk, aber ich kann das leider nicht, nicht so richtig gut erkennen. Aber es sieht halt ein bisschen futuristisch aus, weil es eben selber fährt und nicht so, wie unsere Panzer aussieht. Ja. Ja, da merkt man halt, dass die Produktionskosten, äh, halt dann auch manchmal nicht so groß waren, ne. Und sie mussten halt irgendwie auch, glaube ich, oft mal improvisieren, äh, bei der Aufnahme dieser Serie. Und, äh, man kann ja auf der Stelle auch mal spoilern, dass das tatsächlich die letzte Episode ist, die überhaupt gedreht wurde von Firefly. Das war nicht die letzte, die ausgestrahlt wurde in der, in der Serienreihenfolge, aber tatsächlich die letzte Episode. Und da war quasi während der Dreharbeiten irgendwann schon klar, dass es nicht weitergehen wird. Apropos die, die Ausstrahlungsreihenfolge, die war ja eine andere, als wir sie jetzt besprechen. Und im Vorspann ist immer wieder, es nämlich auch, äh, hat, äh, Alan Tudyk hier in diesem Audiokommentar erzählt, im Vorspann ist immer wieder die River zu sehen, wie sie in ihrer Kiste liegt. Und das kennen wir aus der Pilotfolge, die aber bis hierhin gar nicht im Fernsehen gezeigt wurde. Das heißt, sämtliche Zuschauer fragen sich bei jedem Vorspann, äh, wer denn eigentlich das Mädchen in der Kiste ist. Stimmt. Stimmt. Tja, nur so als kleine Anekdote. Das muss sehr befremdlich gewesen sein, weil du wahrscheinlich als Zuschauer immer das Gefühl gehabt hast, ich hab irgendwas verpasst, ne. Richtig. Ja, und dann flüchten sie vor diesem Panzer und dann sind wir wieder zurück in der Jetzt-Zeit, sozusagen, ne. Genau, da gucken wir uns wieder Tracy an, so heißt der Junge, und der ist halt immer noch tot. Surprise. Ja, genau, also alle stehen weiterhin um diese Kiste rum und der Postbote sagt jetzt dann, also dieser Postbote, dieser Postbeamte, dieser Postjob-Inhaber, whatever, sagt dann, ihr müsstet mal das aus meiner Station rausbringen, weil ihr wisst, dass, wenn man Menschen über die Postrouten transportiert, das ist sehr, sehr illegal. Ja. Genau, und ja, wenn das rauskommt, dann hab ich halt meine Lizenz verloren. Und dann fragen sie halt, wie lange denn diese Leiche schon bei ihm ist, diese Kiste, und er sagt, ja, ne Woche, und auch da ein sehr cooler Kommentar von Jay wieder, der riecht aber noch gar nicht. Ja. Ja, und ja, sie entscheiden sich natürlich dann, weil sie den jungen Mann, den Leichnam kennen, das ist halt ein alter Kriegskamerad von ihnen, dass sie diese Kiste mitnehmen. Jane versteht das nicht so ganz, weil er sagt, wo ist denn da der Profit, wenn man eine Leiche mitnehmen? Das bringt ja mal gar nichts. Ja, sie bringen die Kiste dann auf die Serenity und stehen halt alle um ihn rum und wissen nicht so richtig, was los ist. Und dann findet aber Zoe bei ihm einen USB-Stick, der gar kein USB-Stick ist, sondern ein Diktiergerät. Ein Space-Diktiergerät. Genau, in Rose Gold. Und dann spielen sie diese Nachricht ab, die da drauf ist, und da sagt er halt ganz viel Quatsch von wegen, ich bin tot und das ist eine Nachricht an Zoe und Mel. Und ich hoffe, dass ihr diejenige seid, die das hier hört, weil dann bin ich nämlich schon tot und ich bin dumm und ich, wie auch immer, jedenfalls bringt er mich am besten zu meinen Eltern, weil da wird es besser für mich, weil ich bin ja schon tot und ja, war das gut genug zusammengekommen? Ja, ich denke schon. Und also es hört auch, also er erzählt auch nicht so wahnsinnig viel, sondern das ist halt so eine kurze Zusammenfassung, was so passiert ist. Allerdings natürlich schon sehr dramatisch vorgetragen, brauchen wir für später auch wieder, weil man später natürlich diese Aufnahme in perfekter Audioqualität, wie dieses Ding uns zeigt, dass es möglich ist, die ist natürlich nachher sehr theatralisch über das Ende drüber gelegt, nochmal, und passt da halt auch sehr, sehr gut. Also ich muss immer sagen, dass mir der Arne jetzt aber ein bisschen schnell drüber gebügelt. Also der Vortrag ist, also erstens ja, also inhaltlich passt das an, aber die Szene funktioniert ja anders. Die Szene funktioniert ja so, dass sie, also es ist ein sehr hübscher junger Mann, der da im Sarg liegt und alle stehen da drum rum und die Frage, die sich ja erstmal stellt ist, warum ist der Tod? Und sie finden ja keine Ursache für den Tod. Und da bietet ja der Doktor schon an, quasi eine Autopsie zu machen, um herauszufinden, warum der Tod ist. Und mit dieser Botschaft, die dann auf diesem, auf diesem Flash-Drive-Dingsbums da irgendwie drauf ist, ändert sich ja die ganze Stimmung, weil es erklärt sich jetzt plötzlich, dass da jemand sagt, naja, ich glaube, wenn ihr das jetzt hört, dann bin ich tot. Und das macht diesen jungen Mann sehr greifbar und man merkt ja, wie das alle berührt. Vielleicht auf der Ebene sogar, dass sie ja in ihrem Business, was sie haben, im Prinzip ja jeden Tag damit rechnen, dass alle anderen auch um sie rumstehen, wenn sie tot sind. Und die Frage, die sich, glaube ich, da für jeden vielleicht an Bord der Serenity stellt, wenn ich mir das so anschaue, ist so, was passiert denn mit mir, wenn ich mal tot bin? Wo will ich denn hin? Also die Story ist ja, bringt mich nach Hause auf meinen Heimatplaneten oder Heimatmond, je nachdem, wo ich hergekommen bin. Und ich habe eher so den Eindruck, dass die anderen auf der Serenity da jetzt stehen und sagen, wo würde ich denn wohl hinwollen? Und wen würde ich bitten, mich irgendwo hinzubringen, wenn ich sterbe? Und ich finde, am schönsten wird dieser Impact dieser Szene dargestellt. Und das finde ich sowieso ganz interessant. Da sind wir eben auch noch nicht ganz dazugekommen, ist die Reaktion von Jane, der dann ja quasi aus Respekt seine Mütze absetzt. Wie man das macht, wenn man auf eine Beerdigung geht oder so. So nach dem Motto, oh Gott, da habe ich jetzt mal keine dumme Mütze auf, sondern aus Respekt nehme ich die mal ab. Und das ist so, finde ich bei Jane bis hierhin auch in der Episode, ein ganz merkwürdiger Charakterzug, den wir von ihm sehen. Er ist ja eigentlich jemand, der völlig kompromisslos seinen Zielen nachgeht. Also er ist ja durchaus sogar bereit, seine Schiffskameraden zu verraten. Das haben wir ja nun schon alles gehabt. Aus reiner Prophetgier. Und man würde ja erwarten, dass so jemand, der ein, sagen wir mal, benutzen wir mal ein altes Wort, so ein Halunke. So ein richtiger ist er ja. Schönes Wort, wird auch viel zu selten benutzt heutzutage. Aha, völlig geflasht davon ist, dass seine Mama ihm einen Brief schickt und ich weiß nicht, wie es übersetzt worden ist in der deutschen Version, aber für mich kann eigentlich nur die eigentliche Übersetzung sein, Mama hat mir geschrieben, noch nicht mal meine Mutter hat mir geschrieben, eigentlich Mama, weil er da ja fast schon wieder in so einen Kindstatus zurückgeht und auch ohne jedes Hinterfragen diese Mütze aufsetzt, die überhaupt gar nicht zu seinem Rest seiner Kleidung in irgendeiner Art und Weise passt. Also da der erste Bruch und der zweite Bruch jetzt hier in der Szene, es gibt noch einen dritten nachher in der Episode, dieser Respekt vor dem Tod und vor allen Dingen vor dem Tod von jemandem, den er gar nicht kennt. Und er selber hat ja auch schon mehrfach getötet in dieser Serie. Also das ist so, da kommen so Aspekte zum Tragen, die man so nicht gesehen hat und die finde ich überraschend im Jane-Charakter, weil das so eine Seite von ihm ist, die du sonst so nicht erwarten würdest. Also warum nimmt er aus Respekt die Mütze ab, weil der Typ bringt weder Profit noch sonst irgendwas, aber irgendwie hat diese Ansprache, diese aufgezeichnete, so eine Wirkung. Um mal kurz deine Frage zu beantworten, er sagt, es ist von meiner Mutter. Also er sagt, das sehe ich nicht mal. Aber, oder? Eigentlich wäre Mama doch korrekter, so wie er spielt, oder? Ja. Naja, gut. Besonders interessant finde ich Janes Wandlung hier deswegen auch, weil der vorher eben so, warum habt ihr den Tod gestellt, völlig über die Tatsache, dass der nun tot ist, hinweg sieht. Genau. Also du merkst halt schon, wie es halt plötzlich eine Person für sie wird, alles. Ja. Genau, richtig. Und das natürlich dann auch für den Zuschauer dieser Folge. Ja. Also der wird also nach St. Albans gebracht werden, so heißt der Planet Mond, das wird glaube ich gar nicht differenziert, wo sie ihn hinbringen sollen. Und Bosch geht einfach los und korrigiert den Kurs einfach und der Käpt'n stimmt dem nur so durch den Kopfnicken im Wesentlichen zu. Also er fragte noch, was machst du? Und er sagt halt nur, naja, St. Albans ist nur zwei Tage weit weg, wenn wir Gas geben. Und damit ist es auch, also es gibt auch keine Diskussion darüber. Es ist allen klar, dass sie das jetzt einfach machen. Und dann sehen wir halt, wie die Serenity ab... Warte mal. Erstmal sehen wir, wie die Box zugemacht wird. Und ich möchte nochmal auf diese Box hinweisen. Diese Box ist ein Blechsarg. Du möchtest auf das Geräusch hinweisen? Nee, das Geräusch gar nicht, sondern die Tatsache, dass dieser Blechsarg offensichtlich irgendeine extrem versteckte Kühlungsfunktion haben muss, um diesen Leichnam, der ja jetzt schon eine Woche unterwegs war, zu erhalten. Und das scheint bedeutsame Zukunftstechnologie zu sein, denn für mich sieht es aus wie eine Blechkiste, ohne Isolierung und ohne Kühlung. Ja, aber sie macht ja auch, also der Deckel, der einfach nur aufgesetzt wird, der wird ja untermalt von einem Geräusch. Also dieser typische, wir müssen da nochmal einen Soundeffekt draufpacken, damit das irgendwie spannend wirkt. Und man sieht aber, dass da überhaupt keine technologische Grundlage für dieses Geräusch ist. Also es gibt keine Scharniere, es gibt keine Verschlüsse, es gibt gar nichts. Und in dem Moment, wo dieser Blechdeckel auf dem Blech sark gelegt wird, gibt es ein Geräusch irgendwie. Und das ist wahrscheinlich diese überirdische Technologie, die auch den Leichnam frisch hält. Ja, ich finde auch schön, dass der quasi auf so Soundstage-Polsterung liegt, die man so verwendet, um Schall zu schlucken in Aufnahmestudios. Und dass auch im Deckel da so ein winziger Streifen von ist. Also dieser Kasten, der beeindruckt mich wirklich immens. Naja, ist eigentlich auch das Zeug, was in den Metallkoffern für Kabel, Mischpulte oder sonstiges Zeug, also aus der Musikbranche kenne ich, dass dieser Schaum halt auch in den typischen Metallkoffern drin ist, wenn man Sachen transportiert. Ja genau, wenn du mir gesagt hättest, da ist ein Musikinstrument in der Kiste, hätte ich das sofort hingenommen. Aber jetzt irgendwie als Kühlschrank, zumal wir ja in der Pilotfolge einen echten Kühlschrank dieser Serie gesehen haben, wo eben River drin lag, der sah schon ein bisschen anders aus. Und die Särge in der Episode, wie sie da das Krankenhaus überfallen haben, auch anders ausgesehen. Richtig. Ja, und dann sehen wir, wie die Firefly ablegt, die Serenity. Eine schöne Sequenz, die mich tatsächlich sehr an Blade Runner erinnert, weil da nämlich so eine altmondische Leuchtreklame zwischen schwarzen Metallgebäuden strahlt. Und das ist nun sehr Blade Runner typisch, finde ich. Ja. Ja, also das kann man wirklich auch nochmal festhalten. Dieses ganze erste Drittel ist so Blade Runner-esk, auch von der ganzen Optik her. Also da, ich kann mir nicht vorstellen, dass es zufällig so aussieht. Naja, die Inspiration in der chinesischen Sprache ist, wir haben ja schon an ein, zwei anderen Episoden, zumindest in einer Episode mal festgestellt, wo sie auf einem Planeten unterwegs sind, da haben wir auch gesagt, das könnte jetzt eins zu eins aus Blade Runner übernommen sein. So ist es dann zumindest konsequent in der Anlehnung an, wenn man es immer positiv formulieren möchte. Und Blade Runner ist ja sicherlich auch eine Zukunftsvision, die nicht so schlecht war oder nicht so weit weg ist. So, aber gut, also wir haben keine Androiden irgendwie, aber sie wissen, was ich meine. Ja. Das stimmt. So, dann sehen wir, das ist mir aber am ersten Mal nicht aufgefallen, jetzt wo ich die Folge jetzt heute schon wieder mehrfach gesehen habe, fällt es mir natürlich auf, wie ein anderes Schiff ganz offensichtlich andockt an die Station. Ah, tatsächlich, ja. Ja, ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen. Und dann kommt Schnitt wieder in die Raumstation, wir sehen drei Typen, die auf die Station kommen, ähnliche Erfahrungen haben, wie wir am Anfang der Episode, der Typ mit dem Zylinder wird nochmal wieder eingeblendet, aber die gehen relativ zielstrebig zu dieser Poststation hin. Und da gibt es halt einen Typen, der ein bisschen böselig aussieht, der vor der Vorher läuft und der zeigt dann eine Sheriff-Marke. Ja, die anderen beiden Typen sehen übrigens im direkten Vergleich ziemlich dremelig aus. Ja. Also, so wie typische Minions. Auch den Schauspieler kennt man von dem Lieutenant Wormack, Weggespiel von Richard Berge, der neben seiner großartigen Rolle als Sentinel auch öfter mal so böse Arschgeigen spielt und das kann er, glaube ich, einfach ganz gut. Kommt auch sehr überzeugend rüber, ja. Ja, das macht er da auch wieder. Er hat auch, er hat auch, äh, also er hat auch so ein bisschen so einen Irrenblick immer drauf und das kriegt er gut hin. Ja. Ja, und dieser Schlägertyp, wollen wir uns darauf einigen, äh, spricht dann erst mal jetzt mit diesen Postboten wieder, also Wormack heißt er ja ganz offensichtlich. Ja. Und, äh, erkundigt sich nach dem Crate, ganz so, und sagt hier, du hast hier eine Leiche, transportiert, das kostet jetzt erst mal deine Lizenz und wahrscheinlich gehst du auch in den Bau, ähm, und droht ihm ein wenig und der Postbote in seiner Verzweiflung sagt, nee, nee, ich hab ja das definitiv nicht, das hätte ich ja nie gemacht, aber es gab eine große Kiste, die, äh, geliefert wurde und dann sagt er halt, dass er die einem, einen Captain eines, äh, Firefly-Klasse-Schiffes gegeben hat. Er schaut, er, er, also, wir haben ja vorhin gesehen, er kennt ja Merl offensichtlich gut, dieser Postbote, ähm, er guckt aber dann tatsächlich nochmal nach und spielt hier tatsächlich davor, ich, als würde er ihn nicht kennen, also, er distanziert sich in dem Moment auch direkt davon, halt, um nicht, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, ähm, dass, dass, äh, das vermutet wird, dass er ja irgendwie was mit Merl zu tun haben könnte. Ich finde den Auftritt von Womack hier übrigens ganz interessant, weil der nämlich erst mal überhaupt nicht sagt, was er will, sondern er fängt erst mal an, den anderen Typen zu beleidigen, äh. Aber wie krass? Und zwar richtig übel, also du bist ja schon richtig, richtig, richtig hässlich, du bist so hässlich, dass du im Gefängnis wahrscheinlich irgendjemandes Bitch wirst. Und, dass der Typ, dessen Bitch du wirst, ist der ja noch viel hässlicher sein. Ja, genau. Dass er dich nimmt. Und, äh, dann erst erfährt man, dass er eigentlich diese Kiste sucht. Also, dass er den Körper sucht. Er wusste offensichtlich, was da drin ist, also die, die Leiche. Ja, und der andere spielt dann eben, er spielt dann eben relativ gut. Es ist übrigens ein Jude, scheint mir, denn er hat eine, eine Kippa auf. Das stimmt. Also, ich weiß nicht, ob das da immer noch ein Zeichen für Judentum ist in dieser Welt, aber hier ist es das. Das ist auch eine Reisschüssel-Wirklichkeit, weil sie ja alles chinesisch ist. Das kann natürlich, man weiß es nicht. Naja, jedenfalls macht Wormack dann weiter und sagt, ja, nein, das ist ja alles kein Problem hier, das war nur ein Scherz, ne, wir tun dich nicht ins Gefängnis. Und dann sagt er zu seinem Minion, steck ihn in Brand. Und das findet der Postbote natürlich nicht so gut. Nee, nicht wirklich. Und das macht er dann, also, das macht er dann im Grunde auch. Also, er besprüht ihn erstmal mit Benzin und dann macht er einen Streichhals an und dann sagt er, ähm, also, wenn du uns hier irgendwie in den Rücken fällst, dann wirst du dir wünschen, wir hätten dich abgebraten. So. Ja, ja. In dem Moment, da fragen wir uns natürlich schon, mit dieser Person ist irgendwas nicht richtig, weil er kommt ja am Anfang an, zeigt hier, guck mal, ich bin hier der offizielle Marken-Joe. Ja. Und hab so eine Marke und hier, ich hab hier die Hose an. Aber da muss er mit so Drohgebärden ankommen. Und, äh, in dem Moment ist schon ganz klar, also, ich meine, es ist schon anfangs ganz klar, so wie er auftritt, dass mit ihm irgendwas nicht richtig ist, aber dass da, dass er da offiziell irgendwas, äh, irgendwie, also, was heißt offiziell, dass er halt auf jeden Fall Dreck am Stecken hat, das ist spätestens jetzt ganz klar. Nein, die, die, äh, Law Enforcement, also die Polizei in dem Universum ist ja äußerst unangenehm, das ist ja völlig klar, das haben wir schon an verschiedenen Stellen mitbekommen, aber sie tendieren jetzt nicht dazu, so direkt, äh, Leute zu bedrohen, sondern in, in ihrer Menge und in ihrer Allmacht sind sie bedrohlich, aber sie müssen halt nicht, äh, durch, äh, wirklich Bedrohung und Benzin- und Feuerleute verängstigen. Das ist halt nicht die Methodik, ja, die, ähm, Gesetz, äh, Gesetzeshüter in diesem Universum nutzen. Ja, und dann wissen sie also jetzt, dass die Kiste mit der Leiche an Bord einer Firefly, äh, Klasse Raumschiff sich befindet und dann sehen wir, äh, auch das Schiff und wir sehen vor allen Dingen den Antrieb der Firefly, also den, äh, Motorraum. Den Maschinenraum, so sagt man. Ja. Äh, und wir sehen Kaylee in einer Hängematte und ich weiß ja nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich habe hier auch gerade wieder ein schönes Standfeld, ich glaube auch da würde die Mütze übrigens gut zur Hängematte passen, aber das meine ich gar nicht, sondern im Hintergrund sehen wir, äh, Han Solo in Karbonit herumstehen. Habt ihr das gesehen? What? Ja, ja, also lass das mal laufen und guck da mal nicht auf Kaylee. Das ist schwierig. Man guckt rechts oben in die Ecke. Tatsache, hinter ihren Füßen ist Han Solo in Karbonit. Und, und, und nicht versteckt. Ja. Also richtig, also eine ungefähr 30 oder 40 Zentimeter große Figur von Han Solo in Karbonit. Fällt farblich überhaupt nicht auf? Ne, ne, ist natürlich sehr, sehr geschickt gemacht, ist aber ziemlich cool, finde ich. Sehr lustig. Okay, was eigentlich in dieser Szene passiert ist, Kaylee liegt da in ihrer Hängematte und hat diesen, dieses, dieses Voxofon in der Hand und das spielt gerade wieder die Aufnahme von dem Jungen und das hört sie sich an und ist da ganz gedankenversunken und in dieser Zwischenzeit sieht man, wie Simon da angeschlichen kommt, außerhalb des Engine Rooms und sich so langsam ihr nähert und dann merkt, dass sie das hört und dann wieder weg geht. Und also dann wieder nicht ihr näher kommt, ne, das ist irgendwie auch irgendwie bedauerlich. Ja, richtig. Auch da hat er es dann wieder nicht geschafft. Ja. Und dann sehen wir eine ganz großartige Szene, unsere Gym Bros sind wieder zusammen unterwegs und rocken quasi das, das Muskelgerät. Ne, tun sie ja eben nicht. Ja, tun sie schon, also Jane ist halt auf der Bank und ist gerade am Bankdrücken, währenddessen steht Shepard Book vor dem Sarg und dann unterhalten sie sich halt darüber. Ja, ja, aber Shepard Book ist jetzt ja nicht am Trainieren, sondern er betet. Also, ne, er sagt ja, ich, I know, I was just saying a few words. Auch da, das ist für mich so der nächste Bruch in dem Jane-Charakter, Jane sagt, ja, das ist auch ganz gut so. Ne, also das, so die Verstorbenen, denen sollte man auch was mit auf den Weg geben. Ne, der Lord sollte denen hinterher gucken. Ja, ja, aber Shepard Book ist ja quasi im Auftrag des Herren unterwegs. Ja, ja, aber Jane sagt es doch, oder nicht? Also Jane sagt, Lord should order look after the dead. Und das ist ja ungewöhnlich. Richtig. Weil das ja zeigt, dass er ein religiöser Mensch eigentlich in seinem Inneren ist. Genau. Und dann schwenkt er aber sofort wieder um und fragt den Shepard, ob er nicht auch mal eine Runde hier jetzt Bankdrücken will. Ja. Und der lehnt aber ab. Und die Erklärung ist dann ja auch sehr einsichtig von Jane, der sagt, naja, also wenn ich ja so auf den, wenn ich mit dem Tod konfrontiert bin, dann gerade dann will ich Sport machen. Und wenn ich ein Mädel habe, auch andere Sachen machen. Und Shepard Book sagt dann, naja, okay, ich verstehe, du möchtest dann halt spüren, dass du lebst in dem Moment. Das ist, Moment, das ist noch eine ganz wichtige Sequenz hier. Er sagt, nicht, dass ich irgendwie eine Erregung von Leichen kriege oder so, ich bin nicht bescheuert. Ja, ja. Und in dem Moment sieht man so im Hintergrund ganz langsam River auf diesen Sarg zu schleichen und sich da langsam drauflegen. Das stimmt, ja. Von daher hat das eine sehr schöne Konnotation von River ist einfach wahnsinnig. Die ist da ein bisschen anders, ne? Ja. Ja, River liegt auf dieser Kiste drauf und damit ist auch plötzlich die Szene zu Ende. etwas überraschend. Und wir sind in der Küche. Naja, erstmal sagt Book, naja, also ich denke, wir haben alle unsere eigenen Reaktionen auf den Tod. Ja, stimmt. Und manche machen es eben so. Wo er vorher irgendwie noch versuchen wollte, sie davon zu überzeugen, dass das vielleicht keine so brillante Idee ist, nimmt er das dann einfach so hin. Ja. Sie versuchen, sie auf jeden Fall davon abzuhalten, dass sie da jetzt drauf rumliegt und sie... Nimmt sich dabei nicht so viel von an, sondern es fühlt sich aber total angenehm an. Genau. Ja. Gut, und dann, wie ich schon versucht habe vorzuspringen, wir sind in der Küche und Zoe, Mel und Inara sitzen da lachend und trinkend und erzählen eine sehr lustige Geschichte über Tracy, also den Toten, wie er damals im Militär einem sehr schnauzbärtigen Colonel in der Nacht den Schnauzbart offensichtlich abrasiert hat, der, also dieser Colonel wohl eine, im Endeffekt einfach nur ein Schnauzbart mit Beinen war und er hat ihm diesen Schnauzbart wohl abrasiert und dann ist der Typ in der Früh aufgewacht, weil er ist ausgerastet und dann hat er alle antreten lassen und Tracy hat sich dann offensichtlich den Schnauzbart von diesem Colonel selber angeklebt und was natürlich den Colonel etwas irritiert hat. und in der Zeit lachen sie halt sehr, 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 sehr viel, was aber dann halt auch zu einem Ende kommt, am Schluss, als die Geschichte fertig erzählt ist, da schauen sie dann alle etwas betreten zu Boden oder auf den Tisch, haben aber auch überhaupt keine Zeit, sich dann irgendwie mit der, okay, traurig, er ist jetzt doch gestorben Situation zu befassen, weil in dem Moment wackelt das ganze Schiff. Ja, übrigens, diese Szene beginnt ja mit einem Wahnsinnsgelächter von den Leuten, kurz bevor sie wieder in ihre Traurigkeit verfallen und kurz bevor sie diese Szene gedreht haben, haben sie erfahren, dass das die letzte Folge ist, die sie gerade drehen und deswegen waren die allesamt überhaupt nicht in der, in der Stimmung jetzt hier zu lachen und mussten das dann aber trotzdem machen. Ich finde, dafür wirkt das schon relativ gut. Das sind halt schon professionelle Schauspieler. Ich bewundere sowas. Ja, das ist nicht ganz einfach, das so zu machen, aber ihnen gelingt es tatsächlich. Genau, und dann nämlich wackelt wieder das Schiff, da haben wir Star Trek Acting am Werk, weil sie nämlich beschossen werden. Nämlich kommt da der Womack in seinem Space Jet angeflogen und ballert sie kaputt. Ja, er erklärt ihnen, äh, dann laufen sie halt auf die Brücke und es gibt dann einen Funkspruch und, äh, er erklärt ihnen halt so, dass sie da jetzt was an Bord haben und er weiß das und, äh, dass sie das mal besser rausrücken sollen und Mel spricht mit einem sehr starken Südstaaten-Akzent, äh, jetzt in der Episode, der stärker ist als das, was er sonst hat. Und vermutlich will er da so ein bisschen auf dumm simulieren. Sollte man sagen, die Süddeutschstaaten-Leute sind dumm. Ja, in den USA wie in Deutschland auch. Du, Bursche, jetzt poste mal auf, gell, so uns klotcht das. Der Wortschenbaum ist schnell umgefallen. Ich verstehe. Ja, genau. Genau, also er wirkt ihnen dann so ein bisschen ab und meint auch so ein bisschen, naja, boah, wir haben viel Zeug geladen, ich weiß nicht, wovon du redest, äh, kann sein, ich kann ja mal gucken. Ähm, und, ja, dreht ihm dann auch die Kommunikation ab und schickt dann die ganze Crew nach unten, diesen Crate auseinanderzunehmen, weil da wohl irgendwas Wertvolles drin sein muss, vermuten sie. Und dann suchen sie halt, durchsuchen sie diesen Crate, reißen alles auseinander, was zur Folge hat, dass in der bescheuerten Mütze von Jane wieder irgendwelche seltsamen langen weißen Fasern drin hängen, womit er wieder extra bescheuert aussieht. Ähm, und stellen aber fest, in diese, weder in dem Holz außenrum, noch in der, in der, ähm, Space-Alu-Kiste ist irgendwas drin, also irgendwas von Wert drin und dann kommen sie zu der Schlussfolgerung. Es bleibt nur ein Ort übrig, wo die wertvollen Sachen versteckt sein können, und zwar in, äh, der Leiche. Okay, ja. Und jetzt wird's spannend, weil, äh, der Doktor jetzt also die Autopsie durchführen soll, und in dem Moment, wo er das Skalpell ansetzt, stellt er plötzlich fest, äh, oh, der ist schon mal aufgemacht worden. Genau, und, äh, sieht halt, dass da eine Narbe ist, die relativ gut wieder verschlossen wurde, also, äh, relativ unsichtbar jetzt ist. Ja, also von Profis letztendlich, und dann sagt er, naja, da gucken wir doch mal, was da drin ist, also wir vermuten jetzt ja alle, dass da irgendwas drin ist, und in dem Moment, wo er das Wässer ansetzt, fängt die Leiche an zu schreien. Ja, und das hat man jetzt mal nicht direkt erwartet. Nee. Deshalb hat man halt irgendwie die Zusammenfassung vorgelesen. Ja. Das stimmt. Naja, und dann springt halt dieser nackte Mann, dieser nackte, bleiche, hübsche, junge Mann mit dem bestimmt sieben Zentimeter langen Schnitt auf der Brust, äh, springt auf und fällt erstmal den Doktor an und wird dann aber für ein Mal, äh, überwältigt, der sich dann quasi auf ihn draufhängt und, äh, geschickt die, äh, die Nacktheit vor der Kamera verbirgt. Genau, und er sagt dann halt, äh, Sarge, ich glaube, ich bin nackt. Und dann gibt man ihm ein Tuch und vor allen Dingen, äh, presst der Doktor ihm da erstmal so ein, äh, äh, Gase-Stück drauf auf die, auf den Schnitt und fragt ihn dann halt, äh, inwiefern, äh, was er denn genommen hätte, damit dieser Zustand erreicht würde. Und dann sagt er ihm halt das Medikament und er ist relativ geschäftig und sagt dann zu Jane, hier, äh, halt ihm das mal unter, nämlich einen Eimer und genau in dem Moment fängt er dann auch schön an, sich einmal zu übergeben. Ja, das, äh, kennen sie ja auch schon, weil das gab's ja in der Folge Ariel auch schon. Da haben sie das ja mit, ähm, mit wem war das noch? Mit, äh, Zoe und Mel gemacht. Ja, ja, und dann berichtet der junge Mann eben, wie es zu diesem Ereignis gekommen ist. Es, es geht mehr, es ging mehr oder weniger darum, dass er sich Organe hat einbauen lassen, die, äh, sehr viel wert sind. Und, ähm, dass er aber dann jemanden gefunden hat, der sich viel mehr für diese Organe bezahlt und sich halt dann gedacht hat, na gut, dann gehen wir halt zu denen. Das finden jetzt aber die anderen nicht so geil, die ihm diese teuren Organe eingebaut haben. Und, ähm, naja, jetzt zählt die natürlich hinter ihm her. Das verstehe ich übrigens nicht. Also, er lässt sich Organe einsetzen, die nur in einem lebenden Körper transportiert werden können, weil sie dann sonst kaputt gehen. Soweit klar. Aber der Plan ist ja, dass er seine eigenen Organe am Bestimmungsort wiederkriegt. Und der Teil ist mir völlig unklar. Wie soll denn das ablaufen? Wie sollen denn seine eigenen Organe ohne ihn da hinkommen? Und wenn sie Organe da hinkriegen, warum nehmen sie dann nicht einfach diese? Also irgendwie ist, diese ganze Schmuggelgeschichte scheint mir irgendwie nicht, nicht ganz logisch zu sein. Ja, da ist ein kleines Plotthole drin, das habe ich auch nicht verstanden. Und vor allen Dingen, wenn es denn irgendwie in dieser Geschichte Sinn machen würde, dann bleibt ja trotzdem noch die Frage bestehen, wie stellt er sich jetzt vor? Also es kommt dann raus, dass er halt quasi da durchbrennen wollte. Weil er seine Organe an wen anders für mehr Geld verkaufen wollte. Und dann ist die Frage, wie hat er sich das denn vorgestellt? Richtig. Weil, also der ursprüngliche Plan, da wären ja zumindest seine alten Organe da gewesen. Jetzt hat aber einen anderen, der seine Organe kriegen soll. Wie soll er denn da wieder Organe reinkriegen? Also das ist tatsächlich... Das erscheint mir völlig bescheuert, alles. Eine Logiklücke, die mich auch ein bisschen bewegt hat. Normalerweise finde ich sowas ja nicht so schlimm, aber in der Stelle habe ich auch gedacht so, hä? Was? Wie? Was wollen sie jetzt? Wieso kann er... Also ja, hat mich tatsächlich da auch ein bisschen gestört, dieses Loch in der Geschichte. Das ist ja nicht das, was einen dann an dieser ganzen Episode so stört. Also das hat mich schon ziemlich gestört, muss ich ja mal sagen. Also das fand ich ja nicht halb so schlimm, wie das, was mich da noch... Ja, kommen wir noch dazu. Aber ja, er ist ein absolut valider Kritikpunkt an dieser ganzen Geschichte. Also generell, er scheint mir jetzt nicht so der Hellste zu sein. Ja, das ist sowieso. Genau. Das kann man, denke ich, einfach mal so festhalten. Und von daher, vielleicht hat er das einfach auch nicht durchgedacht, aber vielleicht hat auch der Schreiberling dieser Episode das einfach nicht durchgedacht. Ja. Ich werde das mit meinem nächsten Meeting mit Joss direkt mal ansprechen. Das ist ein guter Plan. Wobei ja diese Episode sowieso so ein bisschen chaotisch offensichtlich geschrieben worden sein soll. Richtig. Die wurde irgendwie ständig umgeschrieben. Diese ganze Kriegsszene wurde irgendwie einen Abend, bevor sie stattgefunden hat, zu drehen, wurde die geschrieben zum Beispiel. Naja, wie auch immer. Das merkt man. Ja. Die nächste Szene ist dann aber nochmal relativ entscheidend, weil es die Interaktion im Wesentlichen zwischen Kaylee und dem Leichnam, der also Tracy heißt, dann zeigt. Also man erklärt jetzt nochmal genau, wie dieser Plan ist. Das haben wir ja schon vorweg gegriffen. Und man merkt in dieser Szene schon, dass Kaylee, finde ich zumindest, ein gewisses Interesse an diesem hübschen jungen Mann hat. Ja. Man merkt auch übrigens, dass es noch eine Alternativmethode gibt, diese Mütze von Jane zu tragen. Man kann nämlich auch die Urlappen einfach hochbinden. Das ist voll wahr. Das ist extrem praktisch, wenn man es nicht so warm braucht. Ja. Könnte man die Mütze auch abnehmen, aber ja. Aber das schließe ich von seiner Mama. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Also Kaylee flirtet den Tracy schon ordentlich an, muss man mal sagen. Ja. Das kann man definitiv so sagen. Und Zoe und Mel sind aber so von dieser Geschichte irgendwie nicht so wirklich begeistert, weil sie so eher ein bisschen genervt davon sind, dass dieser Typ quasi da Mist gebaut hat. Ja. Und was mich an der Stelle so ein bisschen stört, ist, dass er parallel dazu, der Womack offensichtlich die ganze Zeit hinter der Serenity hinterher fliegt und nichts macht. Richtig. Weil sie ja mit dem minutenlangen Dialog und dann haben sie ihn aufgeschnitten und verarztet. Der hat da Kleidung an, bla 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 bla. Und dann irgendwann, wo es dann sozusagen komod für die Weiterentwicklung der Geschichte ist, also da, wo der Zuschauer das erstmal aushat, ist jetzt eigentlich mit Womack, fangen sie wieder an, auf die Serenity zu schießen. Richtig. Besonders lustig ja auch vorher, wir sehen ja als ein Transition zwischen der Infirmary-Szene und dieser Common-Area-Szene, sehen wir ja auch wieder eine Flugszene, wo man das Raumschiff von außen sehen. Und da ist auch wieder sehr unpassend diese ruhige, alles ist gut, wir klimpern ein bisschen auf der Gitarre rum, Musik, die ja überhaupt nicht zutrifft. Und man sieht natürlich auch, dass das abgefahrene Schiff von Womack da auch nicht hinterher fliegt. Ja. Genau. Aber wie du schon gesagt hast, dann passt es in dem Moment wieder sehr gut, dass da er jetzt schießt und dann wird er wieder geschossen, alle machen wieder das Star Trek-Acting und rennen zur Bühne und woraufhin Wash in typischer Wash-Art erstmal erschrickt, weil die ja Leichnam auf der Bühne stehen. Das ist total verständlich. Auf der Brücke, genau. Die Bühne in der Serenity. Ja, genau das meinte ich auch. Naja, und dann ist auch plötzlich Womack wieder in der Leitung. Genau. Und sagt so, jetzt habe ich mich auch ein bisschen geduldet. Ich finde es schön, wie er sagt, warum hast du mich denn die ganze Zeit mit deinen Pions reden lassen? Pions? Ja. Ich mag dieses Wort. Was sind denn Pions? Also ich kenne das halt deswegen, weil das im Grunde sind es so Knechte quasi. Und es gibt halt so in der Warcraft-Welt von Blizzard, da gibt es halt so kleine Orks, die heißen auch Pions. Okay. Haben wir wieder was gelernt. Haben wir was gelernt. Das wären wir durchgegangen. Also die englische Vokabel habe ich tatsächlich auch nicht präsent an der Stelle. Das ist so ein bisschen, fast Sklaven ist dieses Star Trek. Ja, ich sehe das auch gerade. So wird hier also Wash gesehen. Genau. Naja, und sie wollen natürlich jetzt erstmal den alten Kriegskameraden nicht ausliefern und entwickeln so die Idee, jetzt erstmal sich auf dem Planeten abzusetzen und da zu versuchen, Womek zu entkommen. Und als vorgeschobenen Grund sagen sie, ja, wir haben ja gerade einen Defekt irgendwie, wir müssen jetzt erstmal dringend landen und Womek sagt, ja gut, okay, ich kann das Schiff auch durchsuchen. Wenn sie gelandet sind, wir fliegen dann hinter ihnen her. In dem Moment befiehlt Mel dann auch Tracy, dass er doch jetzt bitte die Brücke verlassen soll. Also hält mal wieder Kamera und Mikro zu. Reicht offensichtlich auch in der Zukunft noch aus, dass man einfach mit der Hand locker sie, dieses Ding bedeckt. Und dann hört der andere den nicht mehr, was ja heute nicht mal mit dem Telefon funktioniert. Ähm, und dann sagt er, hier verlass mal die Brücke, Tracy, so, ja, Moment mal, Sarge, ähm, äh, ja, aber Zoe sagt dann halt, pass mal auf, der Käpt'n hat gesagt, so, es geht, du gehst jetzt besser. Ähm, woraufhin Kaylee ihn dann einpackt und, äh, die beiden von der Brücke verschwinden. Ja, genau. Dann, äh, und dann sagt er, sagt er, weil Womek möchte ja, sagt, wie du gerade schon sagst, sagt es mal, wir können ja auch die ganze Bude hier durchsuchen, wenn du das willst. Ähm, und dann sagt er, Mel, ja, wir könnten ja, ähm, aber leider hat, dadurch, dass ihr uns beschossen habt, geht das jetzt nicht mehr so gut. Ähm, und da müssten wir jetzt mal landen, dann könnt ihr, dann könnt ihr natürlich raufkommen, ist auch kein Problem. Ähm, und dann sagt Womek, ja, ist überhaupt, ist überhaupt kein Problem. Ähm, dann landet ihr mal und dann machen wir das halt am Boden. So sieht's aus, genau. Und dann sagt er, äh, Wosch, äh, Wosch, ne, könntest du landen? Und dann sagt er, ja, klar, guck mal zu. Genau, im steilen Anflug und dann sehen wir halt, ähm, im, im, in der nächsten Szene Kaylee und Tracy, wie sie unten in, glaube ich, dieses Kaylees Quartier, ne, an Bord der Serenity sind. Und das Schiff wackelt so ein bisschen und dann gibt's so die typische, hach, so im Arm, äh, liegend. Und was jetzt sich so entwickelt, ist tatsächlich ein richtiger Flirt zwischen, äh, Kaylee und Tracy, äh, an Bord. Und dieser Tracy ist aber auch jetzt jemand, der, äh, das, das offensichtlich ganz gut kann, den Chameur spielen. Vor allen Dingen im Vergleich zu Kaylees direkter, äh, direkter Alternative. Dem Doktor? Ja. Und da ja, da wir ja wissen, dass Kaylee durchaus, äh, dem anderen Geschlecht nicht abgeneigt ist, ne, ist das irgendwie so eine nette Szene und man, man merkt schon, wenn sie denn öfter die Gelegenheit dazu hätte, könnte sie durchaus sich auch die Kerle anderen ziehen. Sie ist ja sonst immer sehr zurückhaltend, eher kindlich an Bord. Ja. Äh, was die anderen Leute angeht, aber da ist sie jetzt ja doch relativ offensiv und, äh, würde den wahrscheinlich, wenn sie mehr Zeit hätte, auch sehr schnell um den Finger gewickelt und rumkriegen. Ja, das hat sie ja, äh, das hat sie ja bei der, bei der Fötus-Szene auch versucht mit, mit Simon. Da war die Treibungkraft, aber, ähm. Da hat er es nicht gebacken gekriegt. Normalerweise ist sie eben tatsächlich eher kindlich. Ja. Ich finde, das ist auch eine sehr interessante Kombination, dieses, dieses niedlich-kindliche mit diesem, äh, dennoch. Ja, doch sehr weiblich und dann plötzlich und so, ja. Fast schon ein bisschen aggressiven, äh, ich nehme mir jetzt das, was ich haben will. Genau, ja. Ja, und dann fliegen sie jetzt also in die Atmosphäre rein und kommen auf so Eisplaneten quasi, ne? Oder Winterplaneten, da war mal so. Ja. Genau, und, äh, da, da, Mel sagt dann, was ist hier eigentlich los? Äh, was geht denn ab? Ähm, worauf wartest du euch noch, äh, Wash? Und Wash sagt, naja, ich suche noch den richtigen Ort. Und, äh, während hier alles, während hier alles wackelt und sie landen, sitzt, äh, sitzt, äh, Shepard Book an so einem, ich weiß nicht, das sieht aus wie ein Radargerät, und so, sagt, das ist total seltsam. Hier ist vier Meilen entfernt, das ist irgendwie ne, ne, ähm, Sheriff-Station und die haben noch keinen Kontakt mit denen aufgenommen, das hat überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und das sagt er halt so beiläufig und dann wird weiter gelandet und wir sind auch mal, wir sind auch mal wieder kurz im, im, äh, Quartier von, von Kaylee, wo sich dann, wo sich dann, äh, wie heißt der gleich wieder, ich, und Namen? Danke. Tracy den Kopf stößt, ähm, und die beiden halt noch so ein bisschen rumflirten. Ja, nix bedeutungsvolles eigentlich. Genau. Tja, und, was? Achso, doch, Moment, pardon, wir haben einen Punkt vergessen, ähm, nämlich, dass sich, äh, Tracy hier gerade vergewissert, dass Kaylee zu haben ist. Ah ja, stimmt. Weil sie nämlich, äh, er, er hat irgendwie vermutet, dass sie mit Wash zusammen ist und dann sagt sie, äh, wir sind was, Sweeties? Äh, nee, nee, ähm, die, der ist mit Zoe verheiratet. Und dann tickt der, äh, tickt der Tracy total aus. Was? Zoe ist verheiratet? Jetzt sag mir, sie lacht noch und hat manchmal gute Laune und macht Witze und so. Und wir kennen sie halt auch so ein bisschen amüsiert, ne? Ähm, ja. Und er eben überhaupt nicht. Das ist ein bisschen witzig, finde ich. Ja, und jetzt sehen wir dann wirklich Wash völlig over the top dieses Raumschiff fliegen, ne? Das ist echt schon von der Mimik und Gestik einfach so, Menschen, die Gitarre spielen, die machen manchmal ganz komische Gesichter. Es gibt auch schon in YouTube-Videos irgendwie Guitar-Playing-Faces, die sind sehr lustig. Äh, und so sieht das aus, so spielt er das auch. Also wie jemand, der mit seinem Mund sozusagen bei jeder Bewegung mitgeht und dann schießt der Womack auch noch auf so eine Bergkuppe, die sich dann so auflöst und dann muss er diesen Felsen ausweichen und reißt dann den Mund und die Augen ganz weit auf und letztendlich landen sie dann in einer Höhle und glauben vermeintlich, Womack erstmal entkommen zu sein. Witzige Anekdote übrigens zu diesen Fliegen. Ursprünglich war die Planung von Joss Whedon, dass Wash in den Momenten, wo er fliegt, die Ruhe, die Ruhe in Person ist. Und das haben wir in der Serenity-Szene auch so gesehen, wo er den Crazy Ivan macht zum Beispiel. Ja. Da ist er halt wahnsinnig ruhig und entspannt. Und diese Szene wurde aber gedreht von Tim Meynier und dann ist Joss Whedon dazugekommen und fragte so, ja, aber was ist denn jetzt aus der Idee geworden, dass Wash immer ruhig ist, wenn er in Stresssituationen kommt? Nee, einfach so. Ja, das kannst du vergessen. Sehr viel auch. Und das siehst du halt bei dieser Szene auch total. Also er ist einfach echt voll drin und zeigt das auch mit jeder Gestik und schreit wie ein Mädchen zwischendurch. Ja. Also was die Tonhöhe angeht, nicht was die, naja. Und was dann passiert ist, dass sie, das erinnert mich so ein bisschen an die Sequenz, muss ich mal sagen, aus, das ist glaube ich Imperium schlägt zurück, wie sie in diesen Wurm im Wesentlichen dann landen. Spoiler. Ja, stimmt. Sie landen auf einem Asteroiden in einem Loch. Wussten sie eigentlich, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist? Wenn ihr die Filme schon gesehen habt, dann könnt ihr das demnächst auch nochmal direkt genau verfolgen in unserem Star Wars Podcast, dreiteiligen Podcast, wo wir über alle drei Teile von Star Wars reden. Genau, könnt ihr das alles nachlesen. Und dann auch den neuen besprechen werden, sobald ihr drauf. Ja, genau. Was ja auch völlig absurd ist, weil Darth Vader ja eigentlich von der Stimme her dunkelhäutig war. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Dunkelhäutige Stimme? Mensch, das schreibe ich in meinem Profil. Ja. Na, auf alle Fälle landen sie auf einem Asteroiden in Imperium steht zurück und dann schmeißt das Imperium so Bomben, um sie herauszutreiben sozusagen. Und eigentlich macht Wormack jetzt genau das gleiche wie hier auf diesem Planeten, ne? Richtig. Das ist in der Tat sehr wahr. Und dann fallen immer zwischendurch so Styroporteile auf das Schiff rauf. Ja. Wir möchten an der Stelle auch nochmal kurz darauf hinweisen, dass es offensichtlich nicht einfacher ist, realistisch aussehendes Schnee-CGI zu machen. Schneeberge-CGI, auf das geschossen wird. Weil das sieht aus wie Hunde. Ich finde, das sieht relativ gut aus. Also dafür, dass dieses... Was? Pass auf. Dafür, dass diese Serie schon zwölf Jahre alt ist, sieht das ziemlich gut aus, finde ich. Ich meine, du siehst natürlich volle Lotte, dass das CGI ist. Aber ich finde, dafür ist es nicht schlecht. Wir haben da offensichtlich andere Schneeberg-Standards. Aber ich meine, du kennst jetzt auch Schneeberg nicht so gut. Das ist natürlich richtig. Wenn die jetzt da auf irgendwie eine Küste schießen. Achso, ich dachte, du sprichst von deinen Samstagabend-Partys. Das auch. Mit Christoph Daum. Ja. Naja gut, okay. CGI ist... Also irgendwo ist der Budget immer schwierig. Ja. Wobei sie ja eigentlich damals relativ stolz auf diese CGI-Engine waren, die diese Berge kreiert hat. Ich finde, das Schiff sieht auch immer scharf aus, muss ich ja mal sagen. Das Schiff ist ja auch nie echt. Ja. Wie, das ist nicht echt? Ja, ja. Das ist schockierend für mich. Ja, auch da wieder ein Beweis dafür, dass du ein Honk bist. Das war voll gemein jetzt. Ja, weiß ich. Ich bin ja auch ganz scheiße eigentlich. Aber ich kann damit umgehen. Gut. Jetzt sind wir also wieder an Bord. Und das hat jetzt so ein bisschen so U-Boot-hafte Anmutung. Weil sie jetzt natürlich merken, okay, die hauen nicht ab. Die schmeißen Bomben. Und das erinnert mich dann auch wieder an so eine Sequenz aus Das Boot oder so mit den Wasserbomben, ne? Wo man eigentlich sich verstecken möchte. Und der Feind schmeißt Bomben auf einen drauf. Ja. Naja, und das Raumschiff steht jetzt still. Und jetzt sagt Tracy jemand, ich will jetzt mal gucken, was los ist. Und Katie sagt, bleib doch mal ruhig. Irgendwie der Käpt'n weiß schon, was er macht. Und jetzt kommt Tracy auf die Brücke. Und Shepard Book sagt, naja, lass uns... Keiner merkt, dass Tracy auf der Brücke ist und er steht in der Tür. Ja. Und Shepard Book und Mel unterhalten sich gerade mit den Augen komplett anders als mit dem Mund. Ja. Sie sagen nämlich sowas wie, wir müssen ihn ausliefern. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt Kontakt aufnehmen. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Mit dem Mund. Und mit den Augen machen sie eine komplett andere Konversation. Das finde ich ein bisschen total bescheuert. Ich meine, das ist doch auf jeden Fall nur für den Zuschauer so. Damit der Shepard, von dem man ja auch normalerweise davon ausgeht, dass er weiß, was er tut, jetzt hier irgendwie die Meinung vertreten kann, dass sie den ausliefern müssen. Und Mel stimmt ihm zu. Wobei Mel auch immer der Gute ist. Und sie den garantiert nicht ausliefern. Das wissen wir doch alle. Und trotzdem führen sich hier diese Unterhaltungen, die quasi das nun so voraussetzt. Also die das zum Ergebnis hat, dass sie den ausliefern wollen. Und das ist halt auch genau das, was Tracy, der da im Türrahmen steht, nun hört. Und deswegen tickt er halt aus, schnappt sich eine Pistole und bedroht erstmal alle. Nämlich in dem Moment, als Wash auf den Kommunikationsknopf drücken will. Genau. Und an dieser Stelle, das ist der Moment, in dem diese noch akzeptable Folge für mich komplett auseinanderzufallen anfängt. Wir merken uns jetzt also, Fisch, für in einer kurzen, in ein paar Minuten merken wir uns diese Szene. Also es gibt, Tracy nimmt sich die Waffe, alle tickt aus. Alle so um Gottes Willen, oh Tracy, bla bla bla. Sie fangen an rumzuschießen. Tracy wird verletzt. Kaylee kommt in dem Moment zufällig rein. Er schnappt sich Kaylee als Geisel und zieht sich zurück. Und diesen Moment merken wir uns jetzt mal. Für später, ganz wichtig, bitte hier mental ein Kreuzchen in den Film. In unser Podcast-Skript machen, was sie jetzt gerade lesen. Genau. So, das wollte ich nochmal kurz angemerkt haben, weil das ist der Moment, ja, das ist der Moment. In der nächsten Szene sehen wir dann, das habe ich auch nicht ganz verstanden, wie Kaylee relativ frei vor ihm her die Treppe runterläuft. Da können wir jetzt natürlich sagen, ja okay, sie hat Angst, weil er eine Waffe hat. Ja. Und jetzt nimmt er sie also über diese Stege über den Frachtraum mit. So, und sie sagt, warum machst du das denn? Und er sagt, naja, sie wollen mich verkaufen, sie wollen mich reinlegen. Und Kaylee verweist schon darauf, dass er ja eigentlich auch am Bluten ist und sagt, naja, dir geht es dir gerade nicht so gut. Und, ja, dann stellen sie ihn auf einem dieser Stege, letztendlich der Käpt'n und Zoe und auch der Mann mit der Mütze, Jane. Ja. Die bringen sie jetzt halt alle in Position und der kann halt nirgendwo hin gerade. Mhm. Ja, und kriegt jetzt erstmal eine Standpauke vom Käpt'n, so, weil. So, genau. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz einhaken. Bitte nochmal ein Kreuz hier an der Stelle machen. Mel sagt ihnen ja nochmal, pass mal auf, wir haben dich eingekesselt, wir haben dich bla 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 und labert ihn voll mit irgendeinem Unsinn. Ja, so, dann machen wir gerade nochmal ein Kreuz rein und sie reden auf jeden Fall alle auf ihn ein. Ja, also das ist wirklich ein Dialog und während sie reden, kommen halt Zoe und Jane immer näher. Und, naja, also es geht letztendlich um so eine Abrechnung, dass halt Tracy halt sein Leben halt überhaupt gar nicht in den Griff gekriegt hat und nach Ende des Krieges halt alles Kacke war. Ja, und Mel lässt das halt gar nicht zu letztendlich und sagt halt, ja, es ist halt aber alles dein Problem, das ist nicht mein Problem, was du jetzt hier gerade gemacht hast. Dann lädt Jane seine Waffe durch. Tracy dreht sich mit seiner Waffe zu Jane hinüber, was Mel die Möglichkeit gibt, auf Tracy zu schießen. Und, ja, gut, er ist Mel, er trifft die natürlich. Ja, und er fällt zu Boden. Er ist aber noch nicht tot. Nee. Und dann kommt Wormack mit seinen beiden Jungs an Bord. Ganz genau. Und Wormack kommt erstmal rein, hat seine Waffe im Anschlag. Ja. Und macht auf dicke Hose, weil er ja Polizist ist und hier, ihr habt jetzt mal mächtig Probleme. Und sieht dann auch direkt Tracy, wie er da oben sitzt, noch lebt. Mhm. Und letztendlich will er ihn jetzt ja haben. Ganz genau. Und sagt, hier, pass mal auf, ihr habt jetzt echt mächtig Probleme, dass ihr mir die nicht ausgeliefert habt. Und dann kommt Shepard Book hinter einer Kiste vor. Ganz genau. Und Shepard Book komplett unbewaffnet. Und da lernen wir mal wieder, wie vorher auch schon mal, dass er ja offensichtlich deutlich mehr sein muss, als einfach nur ein Priester. Ja. Er hat nämlich den Zugang zum Internet, ist meine These. Er hat den einfach gegoogelt, den Arsch. Vermutlich. Und weiß deswegen die Dinge, die er jetzt vorträgt. Nämlich, dass er gerade, also er hat ja vorhin schon bemerkt, dass er keinen Kontakt zu der lokalen Police Station da gemacht hat. Und er hat dann festgestellt, dass er jetzt offensichtlich acht Jurisdiktionsbereiche von seinem ursprünglichen Bereich weg ist. Also im Grunde da, wo er jetzt gerade ist, überhaupt nichts zu suchen hat. Ja. Dieser Polizist. Und dass es ihn wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich auch niemanden stört, wenn seine Leiche hier nie wieder gefunden wird quasi. Ganz genau. Was natürlich eine ziemlich wirksame Drohung ist, weil damit dieses, ich bin vom Gesetz komplett wegfällt. Und damit ist er nur noch einer von drei Banditen, die da auf dieses Schiff kommen. Und er ist hier auch, was Gunpower angeht, deutlich im Nachteil gegenüber den dicken Waffen, die die Serenity-Crew offensichtlich. Die drei stehen zusammen, sind eingekesselt. Also diese haben in jedem Fall Nachteile. Ja. Und Sheva Book macht jetzt denen halt klar, naja, ihr habt eigentlich hier gar nichts zu kacken. Und das ist jetzt eigentlich so, besser wäre es jetzt, wenn ihr einfach mal geht. Weil wir können euch jetzt einfach mal abknallen und das würde gar keinen interessieren. Weil, pff, ist halt so. Und daraufhin hauen die dann ja auch einfach wieder ab, ne? Ja. Was ich dann auch ein bisschen überraschend fand. Ja, ich meine, der Womig ist ja jetzt offensichtlich jemand, der dann an seinem Leben hängt. Er ist auch jemand, der sagt, was er denkt. Denn er sagt noch zu Jane, mit der Mütze siehst du aus wie ein Idiot. Ja, das ist ganz großartig. Was Jane natürlich vermutlich nicht hören möchte. Ne, was ihm auch vorher gar nicht klar war. Und was ihm wahrscheinlich auch hinterher nicht klar ist. Also er hat das, glaube ich, nicht den Eindruck, dass er das irgendwie in irgendeiner Art und Weise annimmt. Diese Ausführung. Weil ich habe eher so den Eindruck gehabt, dass der denkt, naja, total doof. Mit der Mütze bin ich der coolste Hund auch. Genau, so. Und außerdem ist die von Mama. Ja, also ich glaube, das nimmt er gar nicht an. Also der ist halt doof und das ist die Mütze von Mama. Also ich glaube, er ist eher so seine Verarbeitung dieser Situation, um zu sagen, nee, ist mir doch egal, ob du das doof findest. Mama, die Mütze ist geil. Und ich bin auch geil. So. Okay. Aber das ist... Wir können ihn ja leider nicht fragen, was er da wirklich gedacht hat, ne? Ne. Dann hauen die ab und dann gibt es halt die Sequenz, dass jetzt langsam dieser Womack, äh, nicht der Womack, der Tracy jetzt so langsam dann auch mal stirbt, ne? Ja. So, Moment. So. Wir gucken jetzt in unser Skript, da sind zwei Kreuzchen drin. Ja. Ja. So. Jetzt liegt Womack da und sagt, so, das war also der Plan. Mel nickt und sagt, ja, das war ein guter Plan. So, wenn sie jetzt vorher auf der Brücke standen sind, wo Womack, äh, wo Womack sag ich schon, wo Tracy austickt, hätte Mel sagen können, pass mal auf, Junge, folgender Plan, keiner von uns wird hier verletzt, weil der Typ, den haben wir an den Eiern. Ja. Hitze des Gefechts, ähm, da ging das vielleicht nicht. So, da haben wir ja noch ein zweites X in unserem Skript, ähm, wo sie auf dieser Brücke stehe. Wo sie wieder miteinander reden, wo Mel eben schon wieder einen Vortrag hält, der hätte auch sagen können, pass mal auf, mein Freund, da ist unser Plan, aber alles überhaupt nicht schlimm, wir gehen hier alle lebend raus. Also besonders du, weil wir sowieso. Haben sie nicht gemacht, in dem Moment habe ich mich so unendlich über diese ganze Episode geärgert, weil der Typ hätte nicht sterben müssen, das hätte alles komplett anders verlaufen können und das macht überhaupt keinen Sinn, wie die, wie die, ähm, wie, wie die Crew. Reagiert hat, weil das, was du vorhin schon sagtest, mit, ähm, Mel und Buck reden auf der Brücke mit den Augen anders als mit dem Mund, weil genau das, was, was am Schluss passiert ist, ähm, haben sie sich mit den Augen erzählt. Sie haben gesagt, pass mal auf, den, das sagt Gesicht, das kriegen wir an den Eiern, das ist überhaupt kein Problem. Gesagt haben sie aber was anderes. Man hätte natürlich von Anfang an, hätte natürlich für den Plot nicht funktioniert, ähm, man hätte natürlich von Anfang an sagen können, du, das ist überhaupt kein Problem, der hat hier nichts zu melden, dem werden wir schon zeigen, wer, wer hier die Hosen anhat, der ist ganz schnell wieder runter von unserem Schiff. Haben sie nicht gemacht und bis zu dem Moment, als Tracy fragt, war das der Plan und Mel sagt, ja, das war der Plan, bis zu dem Moment war die Folge für mich in Ordnung, ja, kann man sich angucken, ist jetzt nicht die geilste Folge ever, aber passt schon. Und in dem Moment ist, ist die in meinem Kopf komplett auseinandergefallen. Da habe ich mich einfach nur genug geärgert. Das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen irrational, ja, und das ist, äh, da, und da habe ich da dann gesagt, das ist zu Recht die letzte Folge, die sie aufgezeichnet haben, danach hätte ich auch nichts mehr aufgenommen. Ja, also, genau, also mich, mich, mich stören ja so Story-Lücken auch nur bedingt, möchte ich mal so formulieren, da kann ich ja oft mitgehen, aber das ist halt so, das ist so, so unnötig, dass dieser Mensch jetzt irgendwie da sterben musste, dass ich auch das einfach nicht verstehe an der Stelle, warum sie sich so entschieden haben. Das ist einfach, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht, das ist einfach komplett bescheuert. Also, es ist natürlich, für den Plot ist es nicht schlecht, wenn dieser Typ am Ende nun doch stirbt, aber die Ausführung ist einfach mal extrem mangelhaft. Das hätte man, also, wenn ich jetzt Drehbuchautor wäre, an der Stelle hätte ich das so gemacht, dass sie alle da im Deck gestanden hätten und Shepard Book macht die gleiche Ansprache, ja, und dann beim Rausgehen erschießt der Wormack den doch noch beiläufig, weil er sauer ist. Ja. So, weißt du, so aus Frust, Poff, so, dann hätte man genau das gleiche Ende der Episode gehabt, der Tod wäre auch völlig sinnlos gewesen, dieses jungen Mannes, wäre auch mit vollem moralischen Hintergrund passiert, dass er halt einfach Scheiße gebaut hat mit seinem Leben, aber es wäre halt anders gewesen, nicht Mel und Zoe hätten ihn erschossen. Richtig. Also, das ist einfach merkwürdig. Das ist total eigenartig. Gehe ich mit. Gehe ich auch voll mit. Also, diese Folge ist, dieser Punkt ist auch das Erste, was mich an Firefly tatsächlich wirklich stört. Ist nicht, ist nicht schlüssig. Und ich muss auch sagen, dass diese Episode mir vom ersten Gucken Firefly nicht so wirklich in Erinnerung geblieben ist, muss ich sagen. Also, ich habe mir die jetzt nochmal angeguckt und habe gedacht, hast du die eigentlich vorher schon mal gesehen? Natürlich habe ich sie vorher gesehen, aber die habe ich auch irgendwie ausgeblendet, diese Episode. Warum auch immer. Vielleicht auch wegen, wegen, wegen Ärger über diese Sequenz. Weil das ist schauspielerisch und handwerklich alles, alles gut und dass sie das ganz traurig finden und dann stirbt der ganz dramatisch und lange Schnitte auf das Gesicht von Mel und auf Zoe und alles prima. Aber passt nicht inhaltlich, also nicht zusammen. Ja, ja, jetzt stehen wir da vor den Scherben. Stehen wir vor den Scherben und die Endsequenz ist dann. Schon wieder im Schnee, weil die noch nicht genug vom Schnee gekriegt haben übrigens. Ja, und da liefern sie dann eben den Leichnam ab. Es schneit, es ist Winter und es ist sehr dramatische Musik. Man hört immer wieder auch diese Stimmen, die auf diesem Aufnahmegerät waren und letztendlich ist diese Sequenz aber auch so ein Abschied von Firefly gewesen letztendlich, würde ich mal fast behaupten. So sagen sie es ja auch, weil klar war, die Serie läuft nicht mehr. Und also man hat alle Hauptcharaktere nochmal zusammen, die in irgendeiner Art und Weise eine gewisse Trauer auch ausstrahlen. Und Kaylee greift die Hand vom Doktor und macht dann doch deutlich, dass sie ihm dann doch irgendwie auch nah sein muss in diesem traurigen Moment. Und übrigens ist halt auch die Frage, ob sie den Verwandten von Tracy wirklich sagen, wie er gestorben ist, weil sonst dieses Tonband, diese Aufnahme, also wird halt nicht aufgelöst. Wird halt nicht aufgelöst, weil eigentlich ist das schon auch ziemlich makaber, wenn sie ihn selber erschießen und dann wieder abliefern mit dieser Aufnahme. Und wir sehen ja, wie diese Aufnahme irgendwelchen Leuten an die Hand gedrückt wird, dem Vater oder dem Onkel oder was auch immer. Also das ist so ein bisschen löchrig alles. Also die Folge fällt tatsächlich so in den letzten drei, vier Minuten komplett auseinander. Das ist echt schade. Also vor allen Dingen, ich meine selbst, wenn sie ihn nun anschießen müssen und ihm das nicht sagen können, dann ist ja immer noch der Doktor da. Ja, ja. Also der Doktor sitzt ja neben ihm, als der stirbt. Und Melde ist jetzt kein schlechter Schütze, der hätte den nicht unbedingt in die Brust schießen müssen, um ihn aufzuhalten. Das ist irgendwie merkwürdig. Das ist komplett bescheuert. Also es wirkt so ein bisschen so, als sei der versteckte Plot gewesen, den Typen einfach jetzt mal komplett umzubringen. Ja, das hätte man ja innerhalb, in der inhaltlichen Logik der Episode auch anders machen können. Ja, richtig. Nein, ich meine so von Mel und Zoe, weil die jetzt natürlich irgendwie gedacht haben, der ging uns die ganze Zeit, unser ganzes Leben lang ging uns auf die Nerven. Und der ist, in jedem Belang ist der blöde, der Typ. Und jetzt weg. Komm, jetzt hauen wir mal ab. Jetzt machen wir den mal tot. Ja, ja, ja. Also so kommt es halt irgendwie rüber. Ist doof. Ist doof. Ist total doof. Genau. Und der Schlingel-Podcast hat schon gar nicht mehr mit, weil er so doof findet, dass er gar nicht mehr weiß, was er sagen soll. Ich bin total beleidigt. Verstehe ich. Ja. Ich schmolke gerade. Ja. Ja, nee, aber ich sehe das ähnlich. Also ich, ja, auch wenn die letzte Szene optisch schön ist. Ja, ja, klar. Auch diese Montage mit seinem Gespräch, also mit seiner Aufnahme, das ist schön gemacht, aber in dem Moment war es halt für mich durch. Das schmeckt halt einfach schal, wenn man sich das anguckt, ne? Mhm. Ja. Ja, sehe ich auch so. Ja, sehen wir ähnlich. Ein schwacher Moment der Serie, muss man einfach mal an der Stelle. Ich bin mal gespannt, was hat denn, Moment mal, ich muss nochmal, ich untersuche da mal kurz hier. Das Internet. Das Internet an dieser Stelle. Weil The Message hat erstaunlicherweise 8,6 Punkte auf IMDb, was ich, zum Beispiel Heart of Gold, kommende Folge, genau, die als nächstes kommt, die ich fantastisch finde, die hat 8,5 Punkte. Und das ist eine Frechheit. Das ist eine totale Frechheit. Das, liebes Internet, ihr habt das, ihr haltet das falsch. Also das ist, das ist wirklich, das ist wirklich, das kann ich nicht gut heißen. Ne, das ist fehlgeleitet. Wir sind entsetzt. Also ich meine, abgesehen von diesem wirklich dämlichen Ende ist die Folge ja gar nicht so schlecht. Vielleicht haben die Leute die Folge einfach nicht zu Ende geguckt. Oder es hat sie nicht gestört. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Mich hat es halt gestört. Ja, ja, weil, also weil, ich bin ja völlig bei dir, dass die, dass die Folge sonst nicht schlecht ist. Aber das ist halt, ich hatte das, ich dachte mir so, ich hatte so im Hinterkopf so, ja, die, die war nicht so geil. Ja. Und es ist jetzt ein bisschen, ja, dass ich die das letzte Mal gesehen habe und ich habe sie dann heute früh wieder gesehen. Und dann lief die so nebenbei, ja, hm, eigentlich doch, ist es ja soweit in Ordnung. Und dann wieder so Knall und ich sage, ach ja, boah, ey, leck mich doch am Arsch. Blöde Kuh. Und das ist so der, das habe ich schon so den ganzen Tag im Hinterkopf. Dieses, oh ja, diese Folge, dass wir jetzt darüber sprechen müssen und dann ärgert mich das. Sondern das Einzige, wo ich mich, wo ich mich drauf gefreut habe, war, dass, dass halt irgendwann der, diese, diese Stelle kommt, wo man halt dann weiß, ähm, ja, und jetzt, da kann man jetzt nochmal drüber herziehen, weil das einfach, weil mich das so ärgert. Weil, und das Schlimme ist, das, weißt du, wenn das, wenn das jetzt irgendwie eine schlechte, eine schlechte, ähm. Schlechte Folge. Wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, wenn der, äh, also mal ein, wenn der Rest auch schlecht gewesen wäre, ich sage, na gut, ist halt einfach, äh, ist halt eine schlechte Folge von hinten bis vorne. Oder wenn es irgendwie Arsch-Serie 3000 gewesen wäre, ich habe gesagt, naja, who fucking cares. Aber, und da überlegst du dir halt dann doch, war es vielleicht gut, dass es nur eine Staffel gab? Ja. Weil, wer, wer weiß, wie oft das dann später abgestürzt wäre. Ähm, wir jammern da auf super, super, super hohem Niveau, weil die, im Vergleich zu so vielen anderen Serien ist diese Episode trotzdem gut. Aber halt in dem, in dem, äh, in dem, ich meine, das ist natürlich auch eine Frage, was, was ist der, der, das, das persönliche, das persönliche, die persönliche Erwartungshaltung, mit der man da hingeht. Aber so in diesem ganzen, in diesem ganzen Firefly-Universum, das so, das so super detailreich und mit so viel Liebe, Liebe zum Detail gemacht ist, kommt dann, kommt dann, äh, eine Episode, also das ist einfach, da, ja. Das ist so schade, ja, das hat mich, äh, das hat mich tief berührt. Ja, zu Recht auch, ich meine, die Serie ist ja, in Wirklichkeit ist sie ja ziemlich gut, nur diese Folge ist halt, ne, hat halt einen echten, einen bitteren Ton. Mhm, das ist wie wenn du so ein Kartenhaus baust, das mag wunderschön sein, wenn du ganz am Schluss dann aus Versehen die unterste Karte rauslegst. Ja. Dann ist das, ist halt scheißegal, wie schön das bis in dem Moment ausgesehen haben, hat, weil es dann halt einfach in sich zusammenklappt. Ja, 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 das ist einfach, man hätte, man hätte es einfach auf so vielen Ebenen eleganter und besser machen können, das ist einfach doof. Ja, das ist wohl wahr. Ich bin ja froh, dass das nicht die letzte Folge ist, denn so enden wir nicht auf dieser Note quasi. Nee, natürlich nicht. Und wir müssen ja auch noch eine Wave, glaube ich, zwischendurch nochmal machen, ne? Ja, das wäre nicht Schreckhead. Das ist ja jetzt Con Man komplett erschienen, darüber könnten wir durchaus mal reden. Genau. Aber da enden wir auch eher, aber das machen wir dann demnächst bei Con Man. Richtig, genau. Dann kommen wir doch heute mal zum Ende dieser Episode. Wir können auch ein bisschen Ausblick geben, also wir haben noch zwei Folgen der Serie vor uns. Ja. Und danach haben wir noch einen Film vor uns. Ja. Da nehmen wir uns eine Woche Urlaub für. Ich fürchte ich. Dann haben wir noch ein Brettspiel vor uns. Ja. Und dann haben wir noch eine Reihe von Comics vor uns. Ja. Und das würde ich auch gerne alles noch besprechen. Ja. Auch wenn die Sendungen dann natürlich deutlich anders werden werden, als diese bislang waren. Genau. Also das wird dann mit Lesen dieser Sendung ein bisschen anstrengender für euch da draußen. Liebe Zuschauer. Genau. Aber ihr macht das bestimmt noch mit. Und dann habt ihr, glaube ich, alles, was das Firefly-Universum gibt, von uns bekommen. Und dann habt ihr schon die acht, neun Produktionen mit insgesamt ungefähr 1300 Episoden gehört, die wir dann für euch anbieten werden. Und ich würde auch diesen Firefly-Cast würde ich dann nicht abschließen für immer, sondern nur vorläufig, weil es ja durchaus sein kann, dass da nochmal was Spannendes kommt. Ich habe gehört, da wird seit ungefähr 4000 Jahren so ein Online-Spiel entwickelt. Ja, ich habe da sogar auch mal mit dem Entwickler drüber gesprochen. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber das scheint nicht zu erscheinen. Und deswegen, vielleicht kommt es irgendwann noch und dann reden wir drüber. Ansonsten warten wir weiter. Und wie immer am Ende des Firefly-Castes, bewertet uns, schreibt uns Kommentare, rezensiert uns und nehmt weiter fleißig Anteil an unserem Schaffen hier. Und dafür vielen Dank, dass ihr das auch wirklich alle mal tut. Das macht ihr nehmt. Ja, ja. Ja. Und natürlich erzählt allen, dass Firefly guckenswert ist und erzählt allen, die sollen das gucken. Das ist sowieso. Veranstaltet Fernsehabende bei euch zu Hause, wo ihr Firefly mit euren Freunden, Familien, Verwandten, entfernten Verwandten guckt. Mit euren Arbeitskollegen, mit euren Schulfreunden, mit allen. Und wenn es auch nur der einzige Grund ist, warum ihr das tut, indem ihr bei ihr dann sagen könnt, damit ihr diesen tollen Podcast hören könnt. Es muss ja gar nicht um die Serie gehen. Ja. Kann aber auch. Kann aber auch. Darf auch. Gut. Alles kann, nichts muss. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.